einen wunderschönen guten nachmittag wünsche ich allen dahinten allen league enjoyern vor ihren endgeräten wir sind hier wieder am start mit der league talkshow und dieses mal habe ich tatsächlich mal wieder jemanden mit kamera ist das nicht wunderbar ist das nicht geil der liebe daniel ist da und auf der anderen seite jakob wenn ihr die beiden nicht kennt sagen euch vielleicht die in game namen mehr stellt euch mal kurz mit euren in game namen ja also ja ok mwd in sahne ich gewinne jene lane ja das trifft gut glaube ich ja ich bin mwd die roh wie nein ich bin der supporter auch als schildkrötenmann bekannt wenn man das profilbild erkennt ja ja genau also beide mwd vom namen das mag den dem einen oder anderen jetzt schon ein hilfreicher tipp sein worum es heute gehen könnte ja aber erst mal natürlich ganz gespannt in die folge rein starten wie geht es euch habt ihr einen schönen tag wie ist die woche läuft alles läuft alles nicht ich habe noch urlaub also mir geht es gut du hättest fast den lts verpennt jakob nein also ja gut wenn du uns die laberecke rein schlägst dann sehe ich das natürlich nicht wenn ich die voll mute habe und weil ich wie ein alter mann bin wenn ich diskret benutze aber warum hast du die laberecke auf voll mute da geht das meiste ab ich schaue da ab und zu rein aber wenn ich dann so 100 nachrichten sehe dann lese ich mir keine 100 nachrichten also ich hab die laberecke auf äh nicht auf sound aber ich krieg also ich weiß nicht wie das heißt ich schau mal nach wie hast du die laberecke eingestellt ja es halt ich hab mich da schon aber auf nichts gestellt ja da hab ich nur erwähnung und kanal stumm schalten bis ich es wieder einschalte aber hast du erwähnung erwähnung nur nur erwähnung hab ich bei mir ja das hätte ich natürlich einstellen kann jakob hat nichts ja wenn du nichts hast dann ist ja klar dass du nichts mitbekommst wenn der pascal das ja spaß kann natürlich jeder hier die laberecke muten wie er will aber ich sage dir das ist quality content der da vor sich spielt also der da passiert das ist wirklich schön ich liebe die laberecke laberecke ist mein safe space da bin ich glücklich da wurde zum beispiel auch gerade reingepickt wie man einfach im neuen aram rollen kann habt ihr schon aram gespielt seit den changes ja sicher technisch ich dachte ihr seid aram enjoyer alle zusammen ja ich schon kiduro ist solo queue enjoyer komische komische art von menschen die solo queue enjoyen können ja ne enjoyen ist da immer so achso sehr gut irgendwer muss ja die durchschnittsele vom team hochpushen so stimmt ja man machen auf jeden fall sind da diese neuen türme die umfallen und dann struktur hinterlassen was ich super weird und unnötig finde als ich das gelesen habe dachte ich die hinterlassen so einen geröllhaufen in der mitte aber jetzt blocken die einfach einen der durchgänge wenn man anivia wall nimmt kann man den anderen durchgang blocken und dann ja aber die blocken nicht alles also das kommt auf andere die fallen glaube ich in verschiedene richtungen habe ich schon rausgefunden ja genau die können hoch und runter fallen wenn die bei den gebüsch landen dann kann man noch durchs gebüsch durchlaufen genau und wenn die unten landen dann kommst du nicht mehr durch aber du brauchst ja nicht nur anivia wall das ist ein anivia ulti hin dann kommt auch keiner durch ja gut das ist natürlich auch richtig sehr viel interessantes spielt ihr zu fünft euer aram clash wir sind am samstag am samstag sind wir zu füsb und am Sonntag sind wir zu fünft. Aber wir haben Max. Oder? Ich weiß nicht, an welchem Tag. Also nicht unser Max von Maniac. Mux. Nicht von Maniac, oder? Nee, nee. Der ist von P.S. Solaris. P.S. Solaris. Kann sein, ja. Wo Pascal Krieg führt. Ja, ja. Genau. Alles klar. Ja, ey, dann immerhin. Also Aram Clash finde ich sehr wichtig. Spielt es auch. Aber schauen. Wisst ihr, was es da für Belohnungen gibt? Keine Ahnung. Ich glaube, es wird echt langweilig, was es da als Belohnung gibt. Naja, wenn du halt gewinnst, kriegst du ja einen Skin. Du musst nicht mal ein Ticket bezahlen, dieses Mal. Also nicht mal diese paar blauen Essenzen ausgeben. Weiß nicht. Ja, für den habe ich eh zu wenig. Echt? Ja, nur so 89.000 oder sowas. Aber dann kannst du ja im Winter, äh, im Essenz Wunderland, wenn das wieder da ist, dir 89 Chromos von holen. Ja, klar. Da werden die mal ausgegeben. So. Richtig so. Ähm. Seid ihr ein Nexus-Split-Enjoyer, wenn das da ist? Ich habe es mal eine Zeit echt gerne gespielt und irgendwann war es langweilig dann. Ja, okay, weil also für alle Enjoyer da draußen muss ich eine schlechte Nachricht mitteilen. Es hieß, dass es zum Winter-Event zurückkommt und jetzt haben die mitgeteilt so, ey, wir schaffen das nicht, das ist viel zu viel kompliziert, dies, das, an und aus. Wir haben jetzt so viel Energie in die Aram-Changes gesteckt, dass wir leider Nexus-Splits nicht bringen können. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir irgendwie so dieses Spell-Book-Account wieder bekommen. Ja. So viel Energie. Sie haben die Türme umfallen lassen und haben die Hextech-Portal-Scopium-Paste. Sie haben einen Busch dazu gemacht. Ah ja, noch größer gemacht, den anderen Busch dazu noch, ja. Wir haben alle Energie leider in die Aram-Changes gepackt. Also hä? Was? Ja, laut dem LolDev-Twitter-Account war es ja so, dass die Personen, also die sind entlassen worden oder sind gegangen, ich glaube, ja, die involviert waren, dass das dadurch nicht durchkam, aber... Ja, es wird beides gesagt, so mäßig. Und ich denke mir nur so... Nimm doch einfach das alte Nexus-Splits und schließe es. Sie meinten irgendwas mit UI sei kaputt gegangen, was unabhängig war von Nexus-Splits und die das erst reparieren müssten. Ja, die sollten LolDev-Twitter-Account. Die sollen sich weniger Probleme machen und mir schneller wieder gute Modi geben. Mich interessiert es nicht, wie anstrengend das für die ist. Ich will einfach nur zocken. Und ich will nicht Spellbook zocken. Den hätte man niemals entwickeln müssen. Der hätte man direkt sich an Nexus-Splits dran machen können, statt diesen doofen Modus zu releasen. Weiß ich nicht. Es gibt so viele tolle Modus. Ich will wieder diesen tollen Modus, wo dann einer so groß wird und diesen Chorima. Ja, genau. Den will ich haben. Den fand ich super. Ascension-Enjoyer. Das war ja quasi Dominion. Ja, genau. Dominion war auszutausch. Okay. Also ich will ein PvE-Event zurück, aber das wird nicht passieren. Stimmt, PvE gab es auch noch mit diesem Odyssey. 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 Und der Star-Guardian-Modus. Ja, nur dass der Star-Guardian-Modus scheiße war und der Odyssey-Modus richtig krass war. Ich erinnere mich noch an diesen Darkstar-Fresh-Hook-Modus. Ja, der war auch witzig. Der war wirklich witzig. Ich weiß nicht, warum man den nicht wieder macht. Der war einfach fun. Ja, der war wirklich cool. Aber der geht denen das Spiel zu kurz. Es kann ja nicht sein, dass wir ein kompetitives Spiel nur 5 Minuten spielen. Gab es nicht sogar mal einen 1v1-Modus? Ganz, 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 ganz kurz gab es Snowdown-Show. Den gab es mal. Und ich weiß nicht, wie sie den nicht mehr dazugeflügt haben. Snowdown-Showdown hieß das. Ja, der war super. Keine Ahnung. Ja. Gab es nie wieder. Gab ja auch mal die Idee für eine 2-gegen-2-Map. Und die kam dann auch nie wieder. Gute Ideen, aber viel dabei. Viel Gutes dabei auf jeden Fall. Naja, aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf den Modus, der uns allermeisten interessiert. Und zwar die Kluft der Beschörer. Ihr seid, also, alle Enjoyer, weil sonst würde, also, ich hoffe es, weil sonst würde ich mir Sorgen machen, wenn ihr Master seid und es nicht enjoyt, wird es, also, Ich komme da einfach irgendwie hin. Viel Energie, die da reingesteckt wird. Ich hoffe, es lohnt sich. Ihr habt, wir gehen erstmal nicht drauf ein, was passiert ist. Ja, ich würde sagen, wir gehen es einfach chronologisch durch. und an der Stelle möchte ich kurz sagen, Freunde, letztes Wochenende war Playoffs-Wochenende, DIV 4, DIV 5 und wir hatten ja drei Teams, die sich qualifiziert hatten, das haben wir letzte Woche auch angesprochen und wir haben es geschafft, jedes einzelne Spiel komplett zu casten. Und das macht mich schon mal sehr glücklich. Da gehen Grüße raus an meine Casting-Kollegen und die ganzen Producer und alles, die sich da reingehangen haben, weil wir haben wirklich viermal zwei Streams und einmal einen Stream gehabt. Alle neun Series, die gespielt wurden, gecastet und das fand ich schon sehr geil. Aber jetzt wollen wir erstmal schauen, was ist im ersten Spiel passiert bei euch. Ich muss erstmal schauen. Ich mach grad die Seiten auf. Soll ich dir ein Ding schicken, Jakob? Ja, wäre super, danke. Also ich kann ja mal anfangen, weil ich hab's ja gecastet. Es war Samstag 14 Uhr und White Dawn startete in die Playoffs. Und die Gegner pickten Tanks und banden Fiora. Und ich habe, ähm, weise wie ich war, geschrien, dass, dass das genau der Moment ist, auf den Jakob wartet, äh, dass wir seine Gwen schon mal gesehen haben und dass der weiß, sobald die Gegner zwei Tanks haben, äh, ich weiß auch nicht, warum die Gegner nicht Gwen bannen, wenn sie Fiora bannen, also offensichtlich den Tank-Cred unterbinden wollen, aber nicht mitdenken, dass Gwen existiert. Auf jeden Fall sind da Dinge passiert, ähm, das Spiel war noch ein bisschen mehr als nur die Gwen, aber die Gwen hatte auf jeden Fall Spaß. Ja, das ist ganz einfach so. Alle haben, wenn du Tank-Destroyer im Kopf hast, denkst du eigentlich nur an Fiora erstmal Topland und die Gwen. Äh, ich denk auch an Gwen, warum denkt niemand an Gwen? Nein, da denkt niemand mehr dran. Warum sollte niemand an Gwen denken? Die macht so viel Damage gegen Tanks, das ist insane. Ja, aber Jakob hat schon recht, Gwen war halt eine lange Zeit nicht so mehr populär. Weil Tanks nicht gespielt wurden. Ja, aber halt auch competitive mäßig, wurde Gwen ja nicht so häufig ausgepackt in letzter Zeit, beziehungsweise ist ja gerade off-season. Alles. Die Spieler erinnern sich ja nicht so, ne? Warum nicht? Ja, keine Ahnung. Ist eine Dame mit einer Schere. Ist eine Dame mit einer Schere, die die ganze Games zerrupft. Das ist insane. Ja, erzählt mal gerne. Ihr habt sie jetzt vor dem Blick. Es war das erste Game, ich denk mal, die Anspannung war hoch, oder? Ja, es war das erste Game. Die Anspannung war irgendwie gar nicht mal so hoch. Die Anspannung ging eigentlich erst so in der dritten Series dann am Sonntag. Aber lag auch daran, dass ich in der ersten, also im ersten Series wusste ich halt, dass mein Top-Lainer halt ein kompletter Tank-Enjoyer ist. Und ich dachte mir so, ich habe halt was gegen Tanks. Ja gut, für Jakob vielleicht nicht so angespannt. Auf der anderen Seite der Karte war das, glaube ich, eher angespannt. Ich habe mir das Wotte mal angeschaut. Es war halt so, dass der Wukong sehr viele Early-Kills bekommen hat. Stimmt, der war 8-1 oder so. Der war 7-0, glaube ich. Oder irgendwie sowas. Und die Gegner hatten Senna, Tam Kench, heißt die Bot-Lain war schon ekelhaft. Und dann haben wir halt auch noch ein paar Missplays gemacht. Aber dann ist irgendwie der Wukong dreimal hintereinander gestorben, was gut für uns war. und Jakob durfte halt scalen und hat dann gegen Ende, das war so gegen Ende zum Play, Jakob und ich denken uns so, Jakob, du musst da raus, Jakob fightet drei Menschen und holt sich einen Double-Kill erstmal. So, ohne irgendwas. Das war super. Ja, der Wukong hat das Game weggeworfen im Prinzip. Also er hat erst den Shutdown an Grace gegeben, der eigentlich auch relativ raus war. Einfach nur, weil sie richtig dunkel Dive haben. Ich hab mir den Dive auch nochmal angeschaut. Also sie hätten das einfach schlauer spielen können, indem sie Tam Kench-Ultin nicht verwenden. Und dann nochmal einen Shutdown an mich gegeben, ich war eh schon gut im Game. Und das Gegner-Team gegen Gwen, wenn man sich das anschaut, mit Shen, Tam Kench, Wukong, und zweimal Hartstil gegen Gwen. Ja, sie haben das Early-Game schon ziemlich dominiert. Wir hatten ein bisschen Sorgen, aber ich wusste die ganze Zeit, irgendwann kommt die Gwen. Und das Witzige war, irgendwann kam auch der Graves, weil er einfach in dem Dive die ganzen Shutdowns einsammeln durfte. Und wegen Hydra. Also er wurde richtig, ja, und Hydra wurde auch die, also das ganze Wochenende wurde Hydra abused. Wirklich, diese Games, wo du einfach drei bis vier Spieler in einem Team siehst, die Hydra kaufen. Da ist auch Absturz. Absolut. Ja, logische Mathematik. Das Team, das mehr Hydra-User hat, gewinnt. Wirklich. Auf jeden Fall hat er das weggeworfen. Und er hat es sogar noch mehrfach weggeworfen, weil er hat, muss man sagen, Genja Head musste ein bisschen leiden. Der wurde einfach von Wukong immer One-for-One in einem Teamfight als AD-Carry, was ja eigentlich vielleicht okay ist, aber Graves und Gwen waren halt vorne und nicht der Varus. Und dann hat Wukong sich immer gedacht, ich nehme mein ganzes Gold, ich stehe 7-1, ich gehe rein, töte Varus, sterbe dafür und dann fightet die vier gegen vier. Das ist richtig dumm. Das war sehr schön mit anzusehen, auf jeden Fall, wie ihr dann darüber gerollt seid. In der Series hat, in dem Game hat Jakob auch noch die Ult 3 tatsächlich getroffen. War vielleicht dann was, was später nicht mehr passiert ist. Nicht mehr so oft der Fall ist, weil die Leute irgendwann gedodged sind. Unlucky. Ja, es war so belastend. Es sind sehr, sehr, sehr viele Solo-Kits nicht passiert, aufgrund der, dass ich die Ult 3 nicht getroffen habe. Also es war zum Teil immer noch Worf, weil ich play things im Gold sogar noch. Ich weiß, ich weiß. Aber ich hätte auch gerne den Kill genommen. Ja, ich habe richtig geweint immer, wenn ich das gesehen habe. Ja, auf jeden Fall, das war dominant. Und dann kam Game 2. Woran hatte ich gelegen, Jungs? Also, ich kann nur Folgendes noch sagen. Das erste Game war so quasi der Ausschlagspunkt dafür, dass danach Jakob's Grace aus irgendeinem Grund die ganzen Playoffs übermal gebannt wurde, weil nicht gebannt wurde, obwohl wir den noch nicht mehr immer spielen wollten. Als im zweiten Game wurde ich dann gebannt. Nee, was hast du im ersten Game gespielt? Müssen wir noch ansprechen. Ja. Also Alistar, selbstverständlich, ne? So, so. Und was hast du den Rest der Playoffs gespielt? Auch Alistar. Sehr viel Alistar. Ich erinnere mich nur an ein Game, wo du nicht Alistar gespielt hast. Ja, das war das zweite. Das war das zweite, da war Nautilus. Der Rest war Alistar, oder? Nee, es gab ein paar Games, wo ich nicht Alistar gespielt habe. Okay. Die meisten davon habe ich so dann verloren. Aber nicht alle. Dann erzähl uns mal kurz von deinem Alistar. Ist ja doch wichtig. Also, Alistar. Irgendwie habe ich in Solo-Queue irgendwie das vor dem Wochenende gegen einen Alistar mit FaceRush spielen müssen. Und das sah nicht schlecht aus. Dann habe ich den irgendwie selber gespielt, habe den mit Radiant kombiniert und dann haben wir das mal in Scrims gespielt und das war so, Moment, das fühlt sich actually nicht bad an. Und ja, dann haben wir das probiert und es hat sich auch nicht bad angefühlt, auch in den Playoffs. Es war halt nur, eventuell mussten wir ein bisschen Botlane abgeben, wie man in den Playoffs merken durfte, weil Range Support gegen Melee Support nicht so enjoyable war. Aber Radiant Virtue einfach ein sehr schönes Item auf Alistar. Also Jako schreibt, es waren nur 5 Alistar Games, das kann ich nicht glauben. Ja, aber der 5 hatten 4 Series, 3 davon gingen mit 3 Games. Ja, also ihr habt 11 Games gespielt. 9, 11 Games, 5 Alistar Games. Nein, es waren mehr als 5. Nein. Nee. Was? Ich habe jeweils im ersten Best of 3 habe ich 2 Alistar Games gespielt und die 2 gewonnen. Im zweiten Best of 3 2 Alistar Games und die 2 gewonnen. Dann in der dritten Best of 3 habe ich 2 Alistar Games gespielt, glaube ich. Davon 1 nur gewonnen. Heißt, es sind schon 6 Games. So. Glaube ich. Und in der letzten Series wurde der auch mindestens einmal eingeloggt. Ich kann aber noch mal gucken. Also hier ist klingt nach Lügenpresse, die der ja guckt. Nee, in der letzten Series haben wir keinen Alistar gespielt. Ernsthaft. Stimmt, warte mal. Stimmt, in dem zweiten Okay, das sind doch nur 5. Jako hat Rest. Da war ja der Cassidy ein Incident. Ah. Der Cassidy, stimmt. Der war super. Da sind nur 10 Games drin, ihr habt 11 gespielt. Nee, also ich habe jetzt auch nicht so viele Ah, weil Kediru ja das eine Spiel gar nicht gespielt hat. Oh, der kommt Korrekt, korrekt. Oh, also 50%. Da kommen wir noch hin. Da kommen wir noch hin. Also Game 2. Erstmal jetzt Game 2. Game 2. Woran hat es gelegen? Also, wie wir feststellen durften über die ganzen Playoffs, Yon, aus irgendeinem Grund, obwohl Jako den super gut kann, hat nicht so gut funktioniert in den Playoffs. Heißt, das war, wir haben nur den so zwei Games gespielt, aber der hatte nur 0% Win-Rate und wir haben uns einfach, naja, man muss einfach sagen, wir haben es halt sehr schlecht gespielt. Der Mordekaiser war halt relativ stark und wir hatten einfach keinen Anschluss. Jakob hatte sein Set gepickt, aber konnte die Teamfights nicht spielen, weil halt Xayah für ihn sehr schwierig war zu approachen und halt unsere Botlane war halt draußen. Wir haben halt einen Mid-Fight genommen, wo wir halt irgendwie eine Drei-Magnon gehittet haben und sowas, aber wir einfach nichts rausbekommen haben und die Gegner einfach uns quasi die Luft genommen haben zum Atmen und halt immer stärker wurden, währenddessen wir halt nichts mehr tun konnten nach einer Weile. Das war der Moment, wo wir gemerkt haben, okay, nachdem wir im Team gesagt haben, wir spielen keinen Mordekaiser mehr, vielleicht spielen wir ihn doch wieder. Also, als ich da reingeholtet bin, dachte ich mir so geil, vier Mann gehittet und werde von Mordekaiser entführt und einfach weggekleppt, dachte ich mir auch so, hm, nice. Aber ich wollte auch den mathematisch perfekten Set-Welt gehen, ich hätte Blade first gehen sollen in den Games. Ich habe es auch ein bisschen hinterfragt, dass du den mathematisch perfekten Set gegangen bist. Ja, mathematisch perfekt ist super, aber dann brauchst du auch drei Items. Ja. Und du musst halt gedamaged werden und nicht Mordekaiser ultet werden. Ja, das ist egal, weil ich Mordekaiser wechseln habe mit 2000 Shoot-Damage, ist das auch egal. Ja, aber dann... Ja, dann ist der tot. Ja, aber danach bist du ja useless. Ja, spielt er Shojin, dann hast du fünf Sekunden Cooldown, dann geht's schon. Okay. Shojin. Das ist aber nicht mathematisch perfekt, wenn ich das mal so darauf hin... Shojin ist gut, Shojin gibt dir Leben, gibt dir AD. Gibt dir Leben? Ja, hast du Leben, das ist ein gutes Item. Ich kenne Shojin einfach nicht mehr. Das gibt dir glaube ich 300 Leben, das Item ist actually gut aussehen. Ey, lass mal das Item dreimal releasen und immer mit verschiedenen Stats. Right fucking games. So gut. Hauptsache in TFT ist es immer da und ist ein Damage- und Mana-Item. Ja, ja. Also, da weiß ich halt nicht. Weiß ich halt nicht. Warum wurde der Mordekaiser gebencht? Wird hier gefragt. Wir haben den gespielt gehabt in Scrim. War das das? Nein, das war das letzte Split vom Split gegen 1-6-3 die letzten zwei Games und da war halt die Situation, dass halt wir das allerletzte Game für den Flawless Split gefroht haben, weil wir halt einfach im Draft super hart gebrainfartet haben, weil wir halt quasi wir hatten Mordekaiser, aber kein CC in irgendeiner anderen Richtung und dann haben wir halt so PTSD-mäßig gesagt, wir picken keinen Mordekaiser mehr ohne Prio-Lanes und haben den uns dann auch nicht mehr angeschaut, aber Malte fand den immer auch super und ja, dann haben wir feststellen dürfen, dass Mordekaiser vielleicht doch gut ist, dass Malte vielleicht doch recht hat. Aber wir haben uns auch in allen Games glaube ich relativ auf diese Shyvana festgesetzt und erst mal am Anfang der Playoffs Später haben wir immer noch Shyvana gespielt, glaube ich. Nee, ihr habt drei Games auf Shyvana und drei oder drei davon waren in Series 1. Ja, das waren drei sogar. Das waren drei. Ja, wir haben halt gemerkt, dass halt mit Shyvana, das kommt halt später, dass wir halt irgendwie Probleme hatten, Early was zu contesten, weil Shyvana muss halt irgendwie Early Farmen und wenn du nicht Prio Lanes hast, dann kann Shyvana irgendwie nicht mehr so wirklich Early Team Fights contesten, braucht halt ihr Item und da andere Leute Hydra abusen, ist das halt schwierig gewesen. Ja, aber kommen wir aufs Game zurück. Ja, wir haben da halt ein bisschen Mist gebaut, Draft mäßig und das war auch die Situation, wo der Mordekaiser leider den Drake gesteet hat, den ersten, weil ich halt dachte, okay, wir kriegen den Smite safe hin, da kommt nicht ein Time ran, dann holen wir den Kill und ja, da habe ich ein bisschen etwas Blühes gemacht, aber egal. Dafür haben wir im dritten Game relativ gut wieder was rausholen können nach einem kleinen 10 Minuten Stand-Off, wo wir nichts gemacht haben. Also ich sag's so, ich war CS ahead auf Top, denn mehr brauche ich nicht zu tun. Game 3 war nämlich wirklich wild. Also Game 3, die Gegner waren ahead, meine ich. Die waren Astro-ahead. Ja, also alle ahead. Und plötzlich habt ihr aus dem Nichts ein Teamfight gewonnen, noch ein Teamfight gewonnen, Nash geholt und gefinished so ungefähr. Das ging anders eher so, also die Gegner waren Astro-ahead und dann haben wir einfach zehn Minuten lang die Waves hin- und hergeschoben, damit wir mit unserem Team, mit Corki, Gwen, Shavenna, Ash, Alistar, einfach von Freescalen dürfen für zehn Minuten länger. Ja, war so gut. Weil die Gegner sich dachten, fünf Köln Xerov, lass noch ein bisschen scalen, Jungs. Und dann wurden die aber aufs Übelste überrannt. Dann wurden alle Shutter uns eingesammelt und dann ging's ab. Ja, da kam der Level-16-Gwen-Moment dann für dich. Ja, ich hab ihn geliebt, aber ähm, Game 1 ist immer noch mein Gwen-Highlight. Jetzt war auch das beste Gewinn-Game. weil du da halt Tanks hattest, gegen die du spielst. So wohnenlos. Aber aus dem ersten Best of Three konnte man sehr gut, besonders im dritten Game, so eine Flash-Q-Fail-Compilation von mir bauen. Ich will nicht wissen, wie viele Flash-Queues ich gemisst hab in dem ganzen Play-Off mit Alistar, aber das hat sich schon sehr weh getan. Also ich hab auf jeden Fall einmal gesehen, wie du E-Q gedrückt hast und der nicht in E-Range war und du deswegen dann, man kennt's ja von Alistar, dann einfach Q im Nichts benutzt. W-Q meinst du, ne? Äh, ja, ja, ja. Hä? Das war... Ja doch, W-Q, genau. Der E ist ja Trampel, der E ist ja Trampel und dann Stunt. Ja, ja. Also wo man halt sieht, er spammt den Headbutt, aber es kommt nur der Pulverize durch am Ende. Ja, das war Series 1, die war sehr geil, da hatten wir richtig viel Freude dran. Währenddessen gab's ja auch eine Parallelseries und zwar hat sich Miesmuschel direkt ins Lower Bracket schieben lassen. Was frech ist, muss man auch sagen, irgendwo. Aber sie haben dann noch das Beste draus gemacht. Oder, also, ne, das, ja, vielleicht jetzt auch nicht das Bestmögliche, aber was Gutes. Ähm, und Weakside hatte einfach die, also wir, das war, direkt im ersten Slot hätten wir eigentlich nur zwei von drei Series casten können, aber da ist der Gegner von Weakside einfach nicht angetreten und dann. Also ich dachte, er hat einen Free wenn, die sind nicht angetreten. die haben einfach 2-0 bei Stunde 14 bekommen. Achso, ich dachte, das ist ja von Anfang an Free Ein Gegner nicht ready gedrückt und dann war es einfach keine Series, die sie gespielt haben. Das typische halt. Aber dass nur ein Gegner nicht ready drückt, das ist dann belastend. Ja, das ist sehr belastend. Du rißt dich so, vier Leute sind schon da und der Fünfer verpennt einfach bei Playoffs. Ja, das ist so belastend. Vielleicht hatte der keinen Bock oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, er hat halt vier tiltete Menschen danach. Ja, aber sowas von. Dann kommst du auch eigentlich in Series 2 nicht mehr zurück von dem Tilt. Ah, schwer. Obwohl, du spielst am Abend dann gleich wieder, stimmt, ja. Ja. Genau, dann ging es nämlich in Slot 2, das war Samstag 18 Uhr, da wurde dann gecastet, Weakside auf dem Main Channel, bei mir wieder White Dawn und Miesmuschel, die ja schon verloren hatten in der ersten Runde, waren jetzt im Lower Bracket und haben da einen Freeman bekommen. Das heißt, auch da haben wir wieder alles abdecken können und was ich sagen wollte, also, Weakside hat dann dort verloren, sodass sowohl Weakside als auch Miesmuschel im Lower Bracket saßen und wir wollten natürlich verhindern, dass das bei White Dawn auch passiert. Und dann kam der Kasadin. In dritten Gegner, ne? Ja. Ja. Das waren auch gute Gegner, actually. Das waren aber auch gute Games. Ja, das waren alle, also alle Gegner in Playoffs, bis auf vielleicht das Finale. Ich versuche wirklich immer Jakob anzutrainieren, dass der nicht Gegner schlecht redet. Also, diese Mentalität, wenn wir Gegner schlecht reden. Du musst einfach automatisch denken, du bist besser wie die Gegner. Ganz einfach. Aber du respektierst sie einfach. Nein. sehr geil. Ja, wie ging's los? Die Gegner, die haben ein bisschen anders gespielt, auf jeden Fall, als eure ersten Gegner. Die haben auch gleich mal eine Gwen weggebannt, obwohl die keine Tanks spielen. und einen Sylas gegen Alistar gepickt, was eigentlich smart war. Aber wir haben auch 30 Mal drüber geredet, die können doch, wenn wir Alistar picken, die können doch den Zerdas picken, der spielt auch Zerdas und dachten uns so, ach, I don't care, wir gehen trotzdem. Der ganze Chat hat auch so geschrien, wieso picken die Alistar, wenn sie Zerdas nicht bahnen, blibla blub, alle so richtig Welle gemacht und es war so useless. Ja, ich sag mal, ich hab gesagt, ich hab einen True Damage gekriegt, den kriege ich ihm trotzdem ins Gesicht. Das reicht schon mal, mit Kamil. Weil du hast Kamil gespielt, genau. Ja, die haben wir by the way noch nicht einmal davor gescrimmt. Du hast dagegen gespielt. Aber wir haben dagegen gespielt, deswegen hab ich den Pick nicht übernommen. Das kommt später auch nochmal zustande. Okay. Und das war so ein Master 400 LP, 500 LP Kamil, Main, nicht OTP, immer Main halt. Der hat schon Randale gemacht auf der Doppel. Sah gut aus. Du sahst dann wahrscheinlich nicht so gut aus, ne? Es ging, aber es ging mir nicht gut. Das trifft es gut. Ja, gut. Ja, ich bin richtig erinnern an das Game. Jakob hat, war relativ gut oben aufgehoben, hat auch relativ gut gegen Gameplay spielen können und hat das auch ein bisschen outplayed mit den Barrels. Das war so toxic. Das war so toxic. immer wenn der Spectator hingeschaltet hat, haben wir einfach nur zugeschaut, wie Jakob diese Fässer last hittet, während der Gangflank versucht, äh, Gangflank versucht, die explodieren zu lassen. Jakob, immer 10 Gold bekommt und Spaß hat. Das war auch nicht greedy, weil er, wenn er zwei Fässer da mehr trifft, glaube ich, bin ich irgendwann mal tot, aber er muss für den Flip gehen, für die 10 Gold. Und für die Prior. So frech, auf jeden Fall. Aber der Gangflank war gut, das gebe ich ihm. Aber, aber, meanwhile hat Malte einfach gezeigt, dass er mit Mordekaiser einfach das ganze Game übernehmen durfte. Also der Double Kill Toplane war halt so wichtig da, weil der Gangflank hatte auch irgendwie Flash-Up, aber hat sich einfach geweigert. Was war das denn? Der hat einfach, also, ich hab's auch nicht verstanden. Der hat einfach einen Kill gegiftet, nachdem Mordekaiser mit vollgestaktem Conqueror aus der Ult rauskam und dachte so, ich kann den noch fighten. Ja, ja. Ich hab Malte gesagt, der hat noch Flash und der Flasht einfach weg, der wird dich nicht fighten. Und dann fight er den. Der hat sogar gewartet, der hat ja sogar gewartet, bis die Morde-Ult vorbei ist. Der hätte ja auch schon mal laufen können vielleicht. Wir standen einfach neben der Morde-Ult, dazu drauf gewartet, hab wahrscheinlich mit seinem Teammate geredet, ich sterbe gleich, ich sterbe gleich, alles klar, dann lege ich ihn um. Vollgestackte Conqueror. Weiß ich nicht. Und die Stats, die man halt übernimmt, wenn du jemanden in der Mordekaiser-Ult tötest. Richtig. 10% oder sowas von Bastards. Ja, nur da muss man ja sagen, wenn dein Teammate dir sagt, der ist schon low, Mordekaiser kriegt die Stats ja in der Ult schon. Vielleicht war die Kommunikation nicht ganz klar so. Vielleicht hat er gesagt, der ist, weiß ich nicht, Half-Life oder so, aber Mordekaiser hat ein komisches W-Schild. Also, der war unter Half-Life, aber der war bei weitem nicht tot. Und das war dann auch übrigens ein Game danach, war es dann auch egal, dass ihr Mordekaiser gebencht hattet, weil der einfach dann richtig viele Bands gefangen hat. auch stark mit einem Champion, den man eigentlich nicht spielen wollte. Einmal auspacken, direkt Bands ziehen. Danach wollten wir ihn ja spielen, durften wir ihn bloß nicht mehr spielen. Das darfst du nicht sagen und dann ging's gut. Da ist, also da ist, also meinte, wirklich einfach mit dem Game weggerannt. Ich glaub, der stand irgendwann auch 8-1, hat alle Objectives secured und konnte jeden umbringen. Nee. 8-0. 8-0. Der ist ohne Tod rausgegangen. Okay, okay. Ich nehm alles zurück. Ich nehm alles zurück. Ja, auf jeden Fall sehr dick, der Mann. Unser Jungle, der hintert auch den Shutdown nicht weg hier. Und dann setzte so langsam hier eine Continuity ein. Ihr habt Game 1 dominant gewonnen und dann, wie auch schon in Series 2, kam Game 2. Mit dem Ion-Pick wieder, ne? Es hat sich wiederholt. Wenn immer Gwen und Ion in Kombi gespielt in Scrims, das lief immer gut und im Playoffs, uff. Das war das Gwen-Game, wo du nur Squishies als Gegner hattest, oder? Ja, aber es war ja trotzdem nicht so schlecht mit Gwen, obwohl die Gegner nur Squishies hatten. Ja, aber man hat schon gemerkt, ich hätte auch einen Champion picken können, der besser wäre. Das ist anders. Aber die haben halt da die Camille gewonnen gehabt, leider. Wer war der Support der Gegner hier? Äh, Morgana. Ja. Ich hab Blitzcrank gespielt und die haben Morgana gepickt, was im ersten Moment, man könnte meinen, ist ja relativ gut, hat aber nicht gemattert, weil die, ab dem Game haben wir gelernt, Karsix zu hassen mit Hydra, weil der ziemlich toxik war. Gerade, ähm, mit Rhythm zusammen. Jakob hatte da nicht so viel Spaß, wenn ich mich richtig ändere. Es ging, also ich konnte, ich hätte die fast gesolo-killt, aber da sind ein paar Ultis daneben gegangen. Da sind ein paar Ultis daneben geflogen, ja, ja, ich hab's in Erinnerung. Aber der Champion hat auch Dashes. Ich weiß, der ist zum Busch gespielt. Ich weiß. Nein. Aber das Problem war eigentlich in der Karsix mehr. Also der Karsix war... Ich hatte das Gefühl, als du später reingeultet bist und mit der Ult das ganze Spiel hättest drehen können, hat Morgana dir einfach einen Q gegeben und dann warst du leider tot. Also nicht... Das kann ich mich nicht erinnern. Nach der... Also nicht wegen der Q, aber halt während der Q. Hm. Und dann... Das kann gut sein. Du hättest halt mit deiner Ult so mäßig den Teamfight locker drehen können. Nee. Drei Ziele rausnehmen, aber du warst Instant Seed und dann Instant Tot. Nein, das war der Fight, wo dann der AP Varus noch mal gesagt hat, ich krieg es mal kurz 1600 Schaden. Ah, AP Varus. Ja, okay, 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 dann war das der AP Varus. Dann war ich dann mal ganz schnell weg. Warst auf jeden Fall auch Seed und kann auch Varus Ult gewesen sein. Auf jeden Fall warst du weg und dann, ja, hat man gesehen, warum man vielleicht noch lieber andere Champions gegen Gwen haben will. Ja. Ja, aber... Also auch Shabana hat nicht so gut funktioniert in dem Game, konnten nichts was machen. Also das ganze Team hat halt nicht vernünftig funktioniert. Jako hat auch irgendwie versucht in der Lane den Corki zu töten. Da, wo er halt noch schwach ist, Corki hat einfach seine Ult geflasht und hat dann das 1v1 gewonnen, was auch bitter war. Heißt irgendwie, Jako war behind und der Corki war scaling-wise stärker. Dann K6 hat uns ziemlich genervt, wir konnten nichts machen. Der Blitzcrank war useless, weil wem willst du hier hooken? Eigentlich waren immer alle dahinter. Hab ich gerade lag oder hat Daniel gerade lag? Ich glaube, Daniel hat gerade verstanden. Ich war mir auch gar nicht sicher. Also kommt, da jetzt noch was. Ja, der ist uns leider zufrieden. Also ganz einfach ist das, es ist auch ganz einfach hier durchzufinden. Die Gegner hatten zweimal Hydra in den Game. Ne, dreimal sogar und wir hatten nicht einmal Hydra. Die soll man da auch gewinnen mit null Hydras gegen halt drei. Ich finde ja auch ganz kurz beim Thema Hydra broken, dass du das Item stacken kannst auf mehreren Champions. Es gab keine Situation, wo... Ah, äh, okay. Ja? Alles klar. Er ist wieder da! Er ist wieder da! Er ist wieder da! Er ist bei mir manchmal. Was ich sagen wollte, dass du quasi drei Champions haben kannst, die Hydra kaufen und dann denkst du dir erstmal, okay, die haben einfach einen riesigen AD-Split. also gar keinen guten Split so rum. Riesigen AD-Fokus. Aber da ist einer davon Corki und macht einfach diese AD zu Magic Damage und das ist so broken. Ach stimmt. Ja, 80% davon oder sowas. Und das hat richtig... Das war richtig toxisch. Das habt ihr aber auch hin und wieder abused, deswegen kann man da nichts sagen. Ja. Da hat, glaube ich, dann Andy gegen Corki gespielt. Da kamen wir auch wieder auf den Corki zurück. Da hat man, glaube ich, den Corki auf jeden Fall nochmal gesehen. dass das Winter Hydra ein Problem ist. Wir hatten ja auch in den ersten Best of Three gepickt im dritten Game den Corki. Also wir wussten es schon. Aber das war halt einfach... Wir wollten Gwen, wir wollten Yon. Das war auch irgendwie das Game, wir haben gesagt, ob wir wirklich Gwen haben wollen. Wir hatten irgendwie noch so 10, 15 Sekunden Zeit einen Champion auszuwählen. Dann wurde einfach die Gwen gelockt, wo wir dann so waren da rum. Ach ja, stimmt. Ich habe noch überlegt, vielleicht ein Aatrox in das Team. Aber weil halt die mich halt schon ein bisschen gebannt haben, leider. Wie haben wir den Jacks nochmal gebannt? Ja, wir haben den Jacks gebannt, weil wir die Gwen picken wollten, stimmt doch. Aber zu Game 3. Game 3 war ein wildes Hin und Her. Die Kindheit war erst super stark. Lies mal ganz kurz erstmal den Draft vor, damit alle richtig einatmen können, was das für ein Draft war. Der war nämlich bodenlos. Also die Gegner haben AD Curry, Ash mit Lulu, mit Lennon Six, Top Lennon Na und in Jungle eine Kindred. Relativ viel Range, also jeder Champion Range. Da dachten wir uns, wenn die halt 5 mal Range picken, dann picken wir halt 5 mal Mini. Ne, scheiße, wir haben nur 4 mal Mini, schade. Haben wir halt mit Javin, Cassadin, Nautilus, Syndra und Camilla halt ein Team, was halt komplett rein will. Ein Team, was mit Six Ash eher so rausboken beziehungsweise catchen will. Und vor allem habt ihr mit Camille, Cassadin, Syndra ein Team, was Level 16 werden will. Ich hatte Stars da und ich habe auf die Uhr geschaut. Und dann, also die Gegner haben angefangen zu stompen, ja, die Kindheit war richtig weit vorne. Sie hat zum Glück für euch und da muss man wirklich sagen, Glück im Unglück gehabt, ihre Marks nicht bekommen. Sie hat es nicht hinbekommen. Sie war glaube ich 4-1 oder so irgendwann und hatte immer noch nur drei Marks. Also sie hat richtig lange gebraucht für das vierte, hat nicht wirklich was von Champions mitgenommen. Dann habt ihr irgendwann, das war schon wieder so ein unnötiger Dive der Gegner, war das so? Wo Cassadin die erste Schaffer bei uns kassiert hat? Nee. Weil Cassadin hat irgendwann richtig... Doch, 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 da war Cassadin das runtergeraumt und unten das Kassadin hat drei Küsse oder so bekommen. Plötzlich ist der Champion in der Mitte ahead, der eigentlich nur chillen will und die Lane even rausgehen will durch einen richtig dummen Dive. Also das Play war clean und dann war es überhaupt nicht mehr clean. Und seit Cassadin dann die Shutouts bekommen hat, habt ihr einfach irgendwie angefangen mitzureden. Ja, das war super, weil dann kann der Cassadin auch und dachte ich soll, der Gang jetzt bei den Gnar mit der Camille und killt ihn einfach alleine, ohne dass ich was machen durfte. So mit drei Ultis, war super. Also ich war beim Play dabei, aber ich habe keinen Assist bekommen. Keiner versteht Cassadin, der Champ will nicht stillen, schreibt Jako. Ja, also das ist nämlich das Ding, wir haben halt nie mit Cassadin gescrimmt, Jako hat gemeint, dass er den vor zwei Jahren irgendwie gespielt hat, aber das Ding ist, deshalb waren wir auch so, wir hatten alle das gleiche Mindset wie du, der muss erst Level 16 hitten, der braucht seine Items und dann legt er richtig los. Jako hat gemeint, ich kann ab Level 6 schon Sachen machen und keiner hat das so wirklich realisiert. Ich hätte jetzt nicht gesagt, dass er vorher useless ist, weißt du, so wie Kale, die Level 11 wirklich wach ist, aber sobald er Level 16 hittet, bombt der einfach alles weg, weißt du, nimmt die vier aufgeladene Ult und rennt den Articary runter, aber er hat auf jeden Fall gezeigt, dass er vorher auch schon sehr viel machen kann, vor allem, wenn die Gegner ihn einfach diven, ohne Grund. Ja, der ist in den Gern nicht mal Level 16 gehittet, ne? Ja, wir haben, Alter, das war so frech von dir, wirklich, muss man jetzt auch mal sagen, die Gegner haben irgendwie Nash angefangen, dann habt ihr die irgendwie zum Teil getötet, war da Action um den Nash herum, dann habt ihr den Nash bekommen. Und dann hat sich ein Kollege hier entschieden, ich bin ja Kamill, ich bin ja ein Split Pusher, ich kann ja einfach Split pushen, weißt du, aber alle, alle Zuschauer, alle Spieler, sogar die Gegner und auch ich, ja, haben nur darauf gewartet, seit Minuten, dass dieser Kassadin endlich sein Level 16 bekommt, anfängt, alles umzufahren, mit diesem Old School dann von, keine Ahnung, zwei Sekunden, einfach allen Damage anrichtet, durften wir das sehen? Nein, weil währenddessen das Team dann versucht hat, irgendwann, als sie es realisiert haben, also ihr Culldowns abzubrechen und die Gegner irgendwie nicht gecheckt haben, dass die einen Split Pusher in der Base haben und deswegen random immer noch fighten wollten, erst wollten die euch sogar abbrechen, weiß ich nicht, was das war. Nein, nein, das ist ganz einfach, der Six dachte sich, ich kann die Kamill bestimmt deffen, wenn ich ihr die W von Anfang an erstmal ins Gesicht werfe und dann dachte ich mir halt, wenn du mir die W ins Gesicht wirfst, dann kann ich sich engagieren. Der einzige, der zurückgekommen ist, war der Six. So, und dann kam da eine Kamill mit Baron und hat einfach mal das Game gefinished, kurz bevor Cassidy in Level 16 hittet. Ich war mad. Ja, aber er hat ja Level 16 sein können. Die haben so viel, dass das ganze Play ist entstanden, dass wir Mitglied engaged sind und dachten so, ja, wir kriegen einen. Tepete, genau, ich werde, also ich kriege Ash-Ult ab, ich kriege Kindred-Flash ab. So, die chasen uns, Jakob pusht mir mal Topland weiter, der Six tippet back, die chasen noch irgendwie, also die Kindred, Lulu, Ash, Gnar chasen irgendwie Cassidyn und Jarvan. Und, ähm, ja, dann hat Jakob gefinished. Und Jakob hat nochmal gut interrupted und das war wirklich close, weil die Kindred und die Ash kommen ja noch in die Base rein und Jakob war unter Half-HP. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn die eine Sekunde oder zwei früher kommen, wenn Jakob nicht interrupted. Es war letzter Out-Tack, wenn ich noch einen zweiten Out-Tack kriege ich nicht durch, sonst sterbe ich. Also es war letzter Out-Tack, den ich gemacht habe. Der letzte mögliche Out-Tack hat gefinished. Aber in dem Game war auch der Gnar ganz wild mit irgendwie Blade first into Radiant. Es war ganz, ganz wildes Item-Bild, also ich weiß nicht, was er machen wollte. Klingt interessant, war aber nicht so gut, glaube ich. Ja, man kennt ja den Blade first nah, aber halt nicht... Ja, Blade first nah gegen Camille sind. Nicht vielleicht in Camille rein, so... Ja, so in Orn rein, vielleicht. Ja, gegen Orn oder sowas wäre es besser, oder irgendwas, was halt nicht wirklich eigentlich rankommt, aber... Ja, also und das war Tag 1. Es war ganz schön... Ja, aber seid ehrlich, ihr habt eigentlich nur jedes zweite Game geintet, damit wir mehr Content haben. Ja, natürlich, damit wir auch danach mehr anschauen können, weißt du? Genau. Ihr hättet schon auf Ehrenbasis mal ein Game weniger machen können, dann hatte ich nicht sechs Games gecastet, meine Stimme war schon am Arsch danach und es ging ja noch weiter. Es war ja erst der erste Tag. Ich erkläre mal kurz für alle das Playoffs-Format, was ich mittlerweile verstanden habe. Wenn man 3-0 geht, dann ist man durch. Wenn man das erste Spiel verliert, kommt man ja ins Lower Bracket, kriegt wahrscheinlich einen Free Win. Wenn wir den Free Win rausrechnen, muss man dann immer noch 3-1 gehen. Das Schlechteste, was dir passieren kann, ist, dass du das erste Game gewinnst, das zweite verlierst, dann musst du in Summe 4-1 gehen und tatsächlich jede Series spielen. Wenn man jetzt aber 2-0 geht, dann überspringt man nämlich den Samstag Vormittagstimm. Sonntagsvormittagstermin und spielt direkt um 18 Uhr im Upper Final. Wenn man verliert, dann am Montag nur nochmal im Lower Final. Also 3-1 3-0 oder 3-1 für fast alle. Halt für alle, außer denen, die im Upper Runde 2 verlieren oder Lower Runde 1 spielen müssen. Das waren nur 4 von, keine Ahnung, 80 Teams. Man muss sehr viel spielen, wenn man am Samstag verliert, das kann man festhalten. Ja, genau. Die Series habt ihr geschmeidig umgangen und konntet dann natürlich am Sonntagabend mit Win. Ne? Hättet ihr ja, ne? Mit Win. Ne? Ne? Wenn Internet da wäre, ne? Ne? Ja. Sonntagabend war super, als wir dann so einen Aram noch davor gespielt haben und Kediro dann schon so alle 10 Sekunden oder so ein Hyping hatte. Oder jede Minute. Und dann so 10 Minuten bevor das Game anstattet, wo wir Ready Check abwollten, Kediro dann mit seinem Handy ins Discord kommt und sagt, ja, ich glaube, ich habe keine Sense. 10 Minuten bevor wir Ready checken müssen. Das war so belastend. Erstmal gab es ja aber noch Sonntag 14 Uhr Game. Die wollen wir noch kurz mit reinnehmen. Da gab es Weakside und Miesmuschel. Und jetzt darf ich es nicht falsch machen. Weakside ist da gefallen. Miesmuschel hat da gewonnen. So, Miesmuschel 2 gegangen, Weakside 1 2 gegangen. Die hatten das zweite Game eigentlich schon in der Hand, aber Hans dann abgegeben noch. Tragisch für sie auf jeden Fall. Damit war Weakside raus und Miesmuschel immer noch im Rennen im Lower Bracket und durften um 18 Uhr noch. Jetzt nehme ich kurz vorweg, das 18 Uhr Game von Miesmuschel haben sie dann gedroppt. Dementsprechend waren die letzten Recken, die noch standen von Maniac, die angesprochenen Jungs hier in Anwesenheit von White Dawn, die ja jetzt auch um 18 Uhr dann gespielt haben und es ging los. Ging es los mit der Gwen? Fragezeichen? Ja. Es ging los mit der Gwen. Also das Team war ziemlich stacked. Das war ein Team, wo wir gesagt haben, ja, das sind wirklich, so sage ich mal, die ersten Gegner, wo wir wirklich, wo wir wirklich, sage ich mal, mit dem Anspruch rangehen, das wird hart, das wird kein Stomp in irgendeiner Richtung, sondern da müssen wir uns wirklich anstrengen. Umso ungewöhnlicher, dass ihr das erste Game, wie gesagt, mit einem Stub spielen möchtet. Ja, es war auch wirklich ein Team, die sind Permadiven gewesen, die haben gesagt, wenn du Scythans spielst, du hast keinen Spaß. Du darfst deine Lane nicht alleine spielen. Die waren permanent unterwegs, haben irgendwen gedivet, mit ihrer Teamkomp. Wen so meistens? Und wir wussten ja, weiß ich nicht, wenn die gedivet haben, keine Ahnung. Mir fällt da jetzt mehr ein. Fallen da sogar mehrere ein. Welchen komischen Top-Learn haben die dann da gedivet in den Games? Ja, wirklich. Ja, also wir wussten ja von Anfang an eigentlich, was für ein Playstyle die an den Tag legen. Aber im ersten Game hatten wir halt dann zum Glück noch einen Ersatz. Da hat dann Niki, ein Mate von Jako, eingesprungen für Kediro. War actually super, aber sonst hätten wir das erste Game auf Droppen müssen. Und dann 15 Minuten später gleich spielen müssen, oder? Mhm. Das zweite. Das war eigentlich 15 Minuten, danach nochmal 15 Minuten. Stimmt, ja. Er hat dann im Prinzip gar nicht gespielt, weil er hatte Kediro auch noch keinen Interesse gehabt. Ja, ich hatte glaube ich irgendwann gegen Hype-Internet, aber wäre knapp. Wir hätten im schlimmsten Fall quasi ins Game gehen müssen mit Hyping, in der Hoffnung, dass ich auch noch die Champs-Select überstehe. Stimmt, und dann einfach Zeit kaufen, bis sie die Internet hat. Und dann 10 Minuten hoffen, dass halt mein Internet dann vernünftig klappt, aber ja. Zu dem Zeitpunkt aber, wo wir Niki als Sub reingeholt haben, hatte ich aber, also das wäre wirklich nicht gegangen, selbst mit Pause, da hatte ich nämlich so 300, 400er Ping, also das wäre unspielbar gewesen für mich. Wenn ich überhaupt eine Internet-Connection hatte, weil manchmal hatte ich auch random 5000er Ping und einen DC. Bild. Aber ja. Also Kediro war tiltet, wir waren tiltet, vor dem ersten Game sozusagen, das war super. Ja, aber man muss sagen, das erste Game sah gar nicht so schlecht aus. Ja, wir haben auch schon gesagt, dass wir quasi nur, also Niki hat sein Bestes gegeben, wir haben halt nie mit Niki gescrimmt oder in irgendeiner Weise sonst so gespielt, deshalb war es halt, Niki ist, wenn ich mich nicht irre, Platin 4? Ja, ja, Platin 4 mit deinem OTP eigentlich. So, und musste gegen einen, das war, glaube ich, Grandmaster Support Main ran, oder? Ja, der war Grandmaster, ja. Also, leichter Unterschied. Also ich fand es ganz gut, ihn auf eine Lulu zu stellen, weil also hättet ihr jetzt versucht, mit eurem klassischen Spielstil, mit Kederos Champion Picks, da noch reinzugehen, mit einem Playmaker oder so, dann wäre das ja noch sehr viel schlimmer gewesen. Also ich sag mal so, die Jumi war im Gespräch. Ja, nachvollziehbar, aber bin ich auch froh, dass du es nicht bricht. Ja, dass irgendwelche, nicht reingeh, Supporter, weil... Also auf jeden Fall Ehre an ihn, dass er ausgeholfen hat. Wie gesagt, das Game sah nicht. Hat sich auch gut geschlagen in dem Game, wenn ich würde sagen. ...instint verloren aus, oder so. Am Ende wurdet ihr dann einfach... Der Lead von den Gegnern ist immer weiter gewachsen und irgendwann haben sie halt den Goldhammer rausgeholt und auf euch fallen lassen. Ja. Jakob hat auch leider ein paar Gwendols wieder nicht gehittet, die essentiell gewesen wären. Ja. Gegner haben leider gedodged. Naja, kann man mit Kicking tun. Kann auch nicht jede Gwendolt hitten, sag ich immer. Ja. Ein paar habe ich versemmelt, ein paar haben sie gedodged. So. Man muss auch versemmeln dürfen. Bist ja nicht Faker. Wärst du Faker, wärst du in der LCK. Ich habe das Game gesehen. Faker versammelt auch Gwendoltis. Und es tat sehr weh, dass ich einfach nicht spielen durfte. Glaub ich. Weil Jakob hat wirklich durch den Arsch abgearbeitet. Jakob hat wirklich so gute Plays gemacht und noch versucht, das Game irgendwie am Laufen zu halten mit seiner Wechsel. Aber es wollte einfach nicht sein. Ja. Aber in Game 2 warst du wieder da. Und es gab ja die Möglichkeit, hier dann noch ins 2-1 zu drehen. Da musste man jetzt natürlich zwei Spiele von zwei gewinnen, nicht zwei von drei, so wie es sonst immer war im Fullsquad. Äh. Und Game 2 habt ihr auch geschafft. Was war da los? Äh. Was war da der, der, der Kraft nochmal? Ich erinnere mich nicht mehr. Äh. Ich hatte Jax gegen Q. Äh. Jax gegen, ähm. Das war, wo die Gegner erst Jax gehovert haben, aber nicht mitgenommen haben. Und dann habt ihr den Jax gepackt. Gegen Irelia, ja. So richtig. Ja. Der hat Jax gehovert, dann Irelia gepickt. Und wir waren so, mhm. Irelia? Weiß ich nicht. Und dann hast du Jax gepickt und den komplett zerstört. Ja, es war leichter gegen den Renekton. Der Renekton war echt, puh. Das war sehr cool, das Spiel. Aber wir wussten halt auch wieder, dass die einfach diven wollen und haben halt die Dice gecovert und hat halt funktioniert in dem Game. Auf jeden Fall. Und jetzt... Da war auch der wilde... Sorry. Nee, mach du was. Mach du. Die hatten den wilden Toplane-Vier-Mann-Dive, wo Jako... Also, das war quasi... Wir hatten die Situation, Jarvan ist Spotlane und hat Harald. Und wir waren so, okay, was machen wir? Wir wissen, dass die Toplane alle sind. Und ich dachte so, nee, lass einfach fallen, passiert nichts. Und Jako hat gesagt, nee, wir spielen das Toplane. Er hat Package. Der im Inner-Tarret... Und ich hab nie im Leben gedacht, dass das in irgendeiner Form so ablaufen wird, wie es abgelaufen wird. Oh mein Gott. Und das war einfach... Das war so ein Hype-Moment für uns, weil quasi nach dem ersten Game, wo wir einfach alle tilted waren, da haben wir die einfach im zweiten Game dann halt quasi hops genommen, weil einfach Toplane einfach gut gecovert wurde. Sahne, Head war. Und wir einfach alle stark waren. Dieser Teamfight, also dieser Dive, der war so Hype. Ist doch so krass. Ja, also... Und ein Korki mit Package-Diven ist bestimmt eine mega gute Idee. Aber die haben mich ja auch, also ich konnte alle drei Games im Prinzip nicht wirklich Toplane spielen, weil halt immer irgendwer Toplane gearbeitet hat von den Gegnern oder Toplane war. Ja. Es war so unplayable für mich die drei Games. Es sind vielleicht ein paar Schimpfwörter von mir gefallen in den Games, aber... Bist du das nicht aus der Zone viel gewohnt? Nee. Dass der Jungler irgendwie immer da ist, der Gegner? Nee, dann mach ich einen Double Kill. Das ist ja nicht ein Mittlerner dabei. Ah ja, okay. Also ein Hüller-Jungler ist ja okay, aber da kam der Mittlerner immer da mit. Und jetzt war es leider so, dass ihr bisher immer das Erste gewonnen, das Zweite verloren, das Dritte gewonnen habt. Und um den Muster treu zu bleiben, musste man jetzt den Heldentod sterben, oder? Ich dachte mir, es ist doch mega geil, ein Game mit 0-0-0-Stats zu verlieren. Wir brauchen noch Content am Montag. Wir hören, dass Miesmuschel verloren hat und es gibt ja noch ein Montagsgame. Wir müssen das streamen. Wir brauchen da noch Content. Why don't? Das war ganz wichtig. Das war das Game, was mir meine 100% Alistair Winrate versaut hat. Ach, stimmt. Das war das letzte Game, wo ich auch Alistair gespielt habe in den Playoffs, glaube ich. Das war einfach, wir haben, wir haben, glaube ich, waren die Redside? Ja, die waren Redside, glaube ich. Oder? Der Series hat die Redside. Nein, die waren Redside. Ja, die waren Blueside. Wir hatten das Problem, wir hatten keinen wirklichen First Pick. Und ich glaube, wir haben Corki geförstpickt. Oder? Ich weiß es nicht mehr auswendig. Wir haben Corki geförstpickt, doch. Auf jeden Fall haben wir halt gesagt, okay, wir picken Corki, wir picken Wukong. Wukong hat bei uns davor nicht so wirklich funktioniert oder auch nicht so viel geübt. Aber haben den gepickt, weil er halt einfach broken aussah mit Hydra. Jetzt werde ich angerufen. Weil er einfach broken aussah. Ja. Und dann haben die halt einfach Xayah gepickt, Lissandra mit ihrem Spielstil. Und ja, dann hatte Jakob die Idee, gegen Renek nah zu picken. Was vor Hydra gut war. Ja, und danach Hydra nicht mehr so gut war, weil wir hatten das Problem im Game. Folgende Situation, wir haben halt Alistar Missfortune gehabt, gegen Xayah Suraka. Und wir konnten die Lane nicht so wirklich spielen, weil, naja, die könnten permanent Botlane rennen und alles. Und, naja, wir hatten auch keine Killpressure gefühlt. Das war halt das Problem mit Enchanter-Supportern gegen Melee-Supportern wieder. Wenn du irgendwie nicht die Leute killst. Und wir mussten die ganze Zeit mit unserem Jungler Toplane halbernen, weil Jakob permanent reingepusht wurde, Jakob nicht stark war. Und, ja, dadurch ist Jakob Gott sei Dank 0-0-0 rausgegangen, aber irgendwie war die ganze Map dadurch stand am Brennen nach einer Pfeile. Das war irgendwie sehr blöd, das Game. Ich hab dann wirklich, also, Game 3 war ja bisher immer ein Comeback. Also, es war ja immer so, dass die Gegner ahead waren und ich hab dann sehr stark am Comeback beliebt, aber, es sah wirklich nicht so aus, als hättet ihr dann noch eine Schnitte zurückzukommen und dann wurdet ihr auch überrollt. Nee, die haben dafür zu gut gespielt, die haben sich da keine Fehler erlaubt. Also, die hatten ihren Playstyle und der Playstyle, der ging auf. Aber dann habt ihr uns eben Content geliefert und dann durften Nils und Fabio Montagabend nochmal ran, da war ich dann raus. Bis dahin hat sich eure Playoffs-Reise komplett begleitet. Ich war dann tatsächlich da, weil ich nicht zum Sport gegangen bin und hab's mir ein bisschen im Stream angeschaut, beziehungsweise wir haben Watchparty sogar gemacht und die letzte Series. Das war eure letzte Chance. Muss man gewinnen für die vier. Wenn man verliert, ist man raus. Seid ihr die nochmal anders angegangen? War der irgendwie... Es war Montag. Ich stell's mir richtig unangenehm vor, Montag zu spielen. Keine Ahnung, manche von euch dann irgendwie arbeiten. Jan war dann auch schon krank, das ganze Wochenende, glaube ich. Ja. Mir ging's auch das ganze Wochenende über schlecht. Ich stell's mir richtig unangenehm, Montags um 20 Uhr dann noch irgendwie eine Series zu spielen von den Playoffs. Weil das Wochenende, klar, das hält man sich dafür frei. Aber der Montag ist ein ganz anderes, ganz anderer Modus nochmal. Bei mir zumindest. Ja, ja. Aber die Gegner, die waren halt auch super, weil halt von so einem Jungler Malte, seine, der hat Mates, die sind jetzt so Platin-Dier-Bereich, die haben auch auf der Vier aufgestiegen sind. Und die haben davor gegen das Team gespielt, was wir im Finale spielen. Und wir haben sozusagen den Draft kopiert gefühlt. Malte hat halt sehr viel Draft-Prep mit denen gemacht. Malte coacht die, glaube ich, in der Richtung. Ich weiß es nicht ganz genau, was da nochmal war. Auf jeden Fall hatte der quasi die ganze Draft-Prep gemacht und wir konnten genau prädikten, wann die was picken. und wir hatten irgendwie gesagt, okay, wir banden Kassio und der pickt immer safe Asier. Immer. So, auf deren Position. Und dann konnten, also wir konnten halt einfach super easy solch halt ein bisschen drumrum bauen. Sehr geil. Also, dahingehend war das dann eine Hilfe, aber hat euch so der Montag irgendwie gedubuffed oder war das eigentlich dann egal? Ich hatte noch Urlaub, also mir war es egal. Der Urlaub war ein Ich weiß nicht. Also, Jaco war kaputt. Ich hatte davor gearbeitet morgens. Ich hatte weniger Schlaf, was gut oder schlecht sein kann, je nachdem, wie man es nehmen möchte. Aber was uns halt auf jeden Fall motivationsmäßig geholfen hat, war, Malte kommt rein, Malte sagt, ich habe das Wohlibeer-Bild gefunden. Ja, oh mein Gott. Wir können Wohlibeer picken. Die ganzen Kurz dazu, Disclaimer, die ganzen Playoffs lang habe ich auf diesen Wohlibeer gewartet, ja. Der ist einfach ungebannt und ungepickt durch alle Drafts durchgegangen und ich war verwirrt und dann war so am Sonntagabend hatte ich dann für mich entschieden, also hatte ich dann für mich analysiert, okay, ey, die spielen einfach Wohlibeer nicht. Nicht mehr, so. Der scheint gerade nicht wild zu sein in dieser Preseason und habe das dann auch so im Stream gesagt, dann haben mich schon Leute gehört, was, wenn die Gegner das sehen, vielleicht wollten die, niemand will den bannen, die picken den ja nicht die ganze Zeit und dann wurde ich zurückgeholt in die Realität am Montagabend. Sehr schön, sehr schön, du darfst weitermachen. Ja, also Malte hat den einfach davor gespielt zu, glaube ich, drei, vier Games und hat gesagt, ich habe meinen Wohlibeer Itembild gefunden, der Champion ist doch nicht Dogshit, wir können den doch spielen. Das war halt, ja okay. Wir kennen Malte's Wohlibeer und dachten so, ja gut, let's go, machen wir, kein Problem. Ich finde Wohli, wer gehen wir? Auch wenn unser Mitleider gesagt hat, das Itembild zu scuffed aus, aber... Ja, irgendwie haben die einen FlexQ-Game gespielt, also Malte hat quasi das Itembild auf seinem Smurf gefunden und dann hat er es einmal mit Jako auf FlexQ, also so Diamond Master Edo gespielt gehabt und das sah wohl da auch gut aus. Dann waren wir so, okay, lass es uns probieren, wenn du meinst, dass es gut ist und sah nicht schlecht aus. Sah nicht schlecht aus, ja. Bei der Seriously kriegen wir alles, oder? Ja, also bei den Gegnern war es auch klar, also komplettes Heimatlinger OTP auf Support, Timo OTP auf der Toplane, Timo Jorik, Timo Jorik, wo mir dann sogar eine Timo-Counterliste geschickt wurde von Kediro, glaube ich. Nee, nicht von Nidia, das war von unserem AC-Han. Ach, das war von AC-Han, ja. Also wirklich so, welche Picks sind gut gegen Timo? Wild. Also, einen Timo haben sie eh nicht gepickt am Ende, haben wir eh zweite Rotation gebannt. Hatten die beide gebannt, die heißt. Ja, aber zweite Rotation, die hätten ja First Rotation picken können, den Timo. Ja. Aber Timo First Rotation picken ist ja auch schon tough. Ja, Timo zu picken allgemein, finde ich, glaube ich, ist schon nicht so gut. Ja. Genau, und dann kurz und knapp, ihr seid 2-0 gegangen, drübergerollt mit Clean Fights und den Games und aufgestiegen in der 4. Aber zwar einmal Flame Horizon gespielt auf Top die ganze Zeit. Bevor wir die Games verlassen, ich hatte, also das erste Game war erst sehr anstrengend, weil die Evelyn hatten, unser Top-Leader wollte die ganze Zeit Rage spielen. Ich hasse Evelyn. Ich spiele nie gegen Evelyn. Ihr wolltest die ganze Zeit Rage quitten. Evelyn hat eine hundertprozentige Bunray, wenn ich spiele. Oh, das ist bei mir ja so. Ich bann immer Evelyn. Ich sehe diesen Champion nicht. Und ich sehe ihn auch nicht, wenn er gepickt ist, aber. Oh mein Gott. Ja. Und da sind im ersten Game auch ein paar sehr sicke Plays entstanden. Jakob hat beim Bot-Lane-Dive von denen, wo die Evelyn sich von hinten angeschlichen hat, drei Kills abholen können, auch wenn es das Double-Kill angezeigt wurde. Das war super wichtig. Auch sehr knapp. Und dann Jakob hat in beiden Games eine sehr dolle Finanzspritze gehabt. Ja. Da hatten wir auch dann halt, also der Malfight hat sein Bestes gegeben, glaube ich, aber gegen Jakob konnte er nicht viel machen. Machst du nix. Gerade im zweiten Game. Aber ich konnte ihn nicht töten, weil er Malfa gepickt hat. Ich meine, das hat funktioniert. Musst du Gwen picken. Die war gebannt. Ich kann nur ausreden. Ich sehe aber keine Gwen. Die haben Fiora und Gwen gebannt. Schau mal, das erste Team, was, wenn sie den Fiora-Bann durchzieht, auch den Gwen-Bann durchzieht. Finde ich gut. Und Kamil. Finde ich konsequent. Und Kamil haben sie auch noch gebannt. Nicht die gleiche Ebene, aber ja. Doch, Kamil genauso. Kamil macht True Damage. Aber Flat. Warte mal, actually, die Fiora haben sie im ersten Game gar nicht gebannt. Gwen und Fiora werden ja vor allem durch den True Damage Prozentual gebildet. Kamil ist halt immer nur Flat. Ich würde sagen, es ist eine Stufe drunter. Gwen und Fiora sind diese oberste Stufe, zusammen mit Vayne theoretisch noch von Fangstrad her. Und du hast alle vier Sekunden eine Choga-Fulti. Danach. Ja, ich wollte gerade sagen, hast du nicht ja, du hast tausender True Damage-Queues jede vier Sekunden. Aber wenn du einen 9000 HP Mundo hast, der sich healt, dann tatsächlich ging es gut. Weil ja auch Malford. Ja, von der Idee her. Es ist weniger Anti-Tank als Gwen, würde ich sagen. Weil die Frau snippt. Ja, das schon. Aber die macht ja auch brutzend zu allen True Damage. Richtig. Genauso wie Fiora. Und deswegen sind die beiden gegen Tags. Ja, wenn kannst auch, wenn es nicht Broken Godder. Ich sag, die drei gegen Tanks sind die besten Tank-Shredder. Und auf der Stufe darunter würde ich halt Kamill mit rein. Deswegen. Ich sag, wenn du Fiora banst, dann ban doch bitte auch Gwen. Macht sonst keinen Sinn, wenn der Gegner Gwen spielt. Und du spielst Gwen. Nicht unbedingt. Es gibt Leute, die mögen nicht gegen Fiora zu spielen. Ja, das ist okay. Aber die Gegner... Leicht unfair ist. Nein, die machen immer wir bannen Fiora und dann picken wir zwei Tanks. Jetzt könnt ihr nämlich nicht Anti-Tank spielen. Hahaha. Ja, okay. Bro, was? Was? Der Typ ist insane, spielt Gwen und dein Team schmilzt. So ist es. So und nicht anders. Eine Sache hat mich aber noch interessiert jetzt. Also ihr seid aufgeschrieben. Erstmal Gratulation natürlich nochmal. Finden wir sehr geil. Die Dreiklassengesellschaft ist damit jetzt etabliert und steht über den ganzen Tiff-5-Teams. Ist ja klar. Okay. Welche Sonderrechte haben wir jetzt? Keine. Generell hat man bei Maniac eigentlich keine Rechte. Ich dachte, das müsstet ihr. Eine Frage habe ich noch. Wenn wir auf Genja Heads Champions schauen, dann ist der Mann steht ganz oben Varus 1-1. Den habt ihr in der ersten Series, in den ersten beiden Games, wenn ich mich recht erinnere, gefirstpickt. Und danach nie wieder, auch als er offen war, nie wieder überhaupt gepickt. Was war da los? Der hat nicht funktioniert. Okay. Er sagt so nicht so direkt. Ja, also der Varus hat ganz einfach von uns nicht funktioniert. Aber ganz wichtig, stimmt, im allerletzten Game haben wir auf Kediro Nami gehabt. Ja, warum eigentlich? Und dann kam dieser Call von meiner Botlane, Jungs, wir sind Farmerhead! Mit richtig viel Enthusiasmus. Die waren halt gewohnt, Alistair zu spielen. Das war so viel Enthusiasmus von Kediro, als er gesagt hat, wir sind Farmerhead, Jungs. Wir können die wegfriesen, es ist so super gewesen. Ich war halt glücklich. Sehr wild, auf jeden Fall. Das war Nami-Redemption-Ark. Das Ding ist, du musst es verstehen, wir haben ja die ganzen Playoffs, auch die ganzen Split über keinen Enchander gespielt, was einfach für uns nicht funktioniert hat. Und ich so ein bisschen PTSD hatte von Scrims, weil, ja, das nicht so gut lief. Aber es passt auch nicht so richtig zu deinem Spielstil, oder? Es kommt drauf an, es hat bei uns im Team nie wirklich funktioniert, weil halt mit Enchantern zu Shotcallen und sowas und halt aktiv drum zu spielen, ist halt schwieriger, weil du halt nicht vorne stehst, sondern hinter deinen Teammates und das ist halt ein bisschen anders dann. Dazu muss man sagen, Kediro ist unser Shotcaller. Das war auch noch ein Belastender am Sonntag, wenn Kediro noch nicht dabei war. Oh, oh, ja, okay. Ja, ne? Das ist schwierig. Ja, das muss man mit durchkommen. Ihr habt jetzt die Playoffs gespielt, ihr habt jetzt die Playoffs gewonnen, ihr seid jetzt die 4. Damit eins von 80 die 4 Teams und habt eine recht hohe Chance, auf euren Erzfeind zu treffen in irgendeiner Form, weil ihr drei Teams in dieser Diff stellt. Wie seid ihr da mental drauf vorbereitet? Ich spiele wieder gerne gegen Solas Team. Nochmal gegen Bladeshow. Habe ich Bock. Ja, also, das Ding ist, Erzfeind, es war halt einfach, also da war ich noch nicht im Team, sondern ich bin nach dem Split, wo sie hineingespielt haben, ins Team gekommen. Ah, das heißt, du bist jetzt das erste Mal in D4? So gesehen, ja. Nice. Und die Games waren einfach belastend damals, weil halt, da war noch, glaube ich, Johnny dabei. Also, Just Johnny. Ja, Johnny war noch. Die haben nach dem, nach dem Playoffs zu Diff 3 quasi erst mit Chantau angefangen zu spielen. Also, wenn die Leute überhaupt euch was sagen. und, ja, deshalb wird es ein bisschen diesmal anders von Champion Pool für Jako. Ich weiß auch nicht, wie sehr sich die anderen entwickelt haben. Sola ist ja jetzt Harz Tag kurz vor Grandmaster. Also, den sollten wir auch hinkriegen. Sehr gut, liebe ich. Ich freue mich auf jeden Fall aufs Twitter-Game, was Pascal dann endlich ausleben darf mit seinen D4-Gegnern. Da kann der immerhin jedes Wochenende eine Org ätten, dass ihr gegen... Weil der Bladeshow ist Mitte bei denen? Wer ist dann top denn bei denen? Hey, Bladeshow ist top. Nein. Jan hat, Jan hat gerade gesagt, Bladeshow ist auch mit hier bei denen. Hat er gerade reingeschrieben. Haben die mit Chantau, äh... Kennen? Wer ist Kennen? Haben die Chantau ausgetauscht? Keine Ahnung. Die haben sich einen Challenger-Urgott-OTP rangeholt. Ist das Tollkrieg? Also vielleicht wird's doch spannend. Challenger-Urgott-OTP. Freuen wir uns auf jeden Fall auf den Gruppendraft. Mal sehen, gegen wen ihr den nächsten Switch spielt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, euch zu casten in der 4. Das wird super. Und, ähm... Was wollte ich jetzt noch fragen? Irgendwas zu dem Wochenende wollte ich fragen. Wie hat sich das Wochenende einfach so overall, jetzt mal game-unabhängig, wie hat sich das Wochenende einfach so angefühlt für euch? Weil es war ja wahrscheinlich übelst anstrengend. Also am Samstag war ich durch nach den Games. Die Games waren so anstrengend. Also wir haben... Dass wir halt auch alle sechs Games gespielt haben und die Games halt einfach nicht... Es war halt nie Stomp oder so gefühlt, außer wie das erste. War das halt schon danach... War ich so... Ich spiele jetzt heute keinen League mehr. Ja. Ich habe mir dann am Abend ehrlich gesagt, ich habe mir noch irgendwas angeschaut oder sowas und dann dachte ich mir so, ja, morgen geht's weiter. Aber gut, ihr habt ja auch... Ihr habt nur einen Tag zwei Series gespielt. Das ist wahrscheinlich recht wichtig gewesen. Ja, genau, richtig. Also der Samstag war der anstrengendste. Danach ging's ja nicht. Da war's ja noch eine. Ja, jeweils mit drei Games, ne? Ja. Vom Closer Games. Hm. Ja, die waren auf jeden Fall nervenaufreißend. Insbesondere, weil es halt Jako und mir halt noch so schlecht ging. Jako war krank. Ich habe mich einfach schlecht gefühlt. Ich weiß nicht, ob es die Nervösität war. Also im Vergleich zu den Split-Games muss man halt sagen, dass die Games ja auf jeden Fall qualitativ höher waren und halt auch deutlich anstrengender. Ne, gut, euer Split war ja... 20.000 Gold-Difference in 20 Spielen. Euer Split war ja schon... Da mussten wir Rekorde brechen, die es gab. Ja. Mehr Ferien als Herausforderung. nicht ganz so hart wie das von MBG, aber trotzdem schon ziemlich entspannt. Deswegen, ja, waren jetzt die Playoffs so die erste richtige Herausforderung. Aber geht's weiter? Ist Div 3, Div 2, Div 1 possible? Was meint ihr, Jungs? Also, ich denke mal, so Zweiter, Erster in der Gruppe wäre schon nice. Ob wir dann die Playoffs schaffen, ist eine andere Sache. Mein Team will ja eigentlich nur die Gruppe halten zum Großteil. Ja, gut, halten ist der erste Schritt. Gewinnen der Zweite, der Zweite, der Playoffs gewinnen der Schritt. Also, Erster, Zweiter, um in die Playoffs einzuziehen und dann da richtig zerlegt zu werden, wäre schon witzig. Also, wenn hier, wenn es Leute gibt, die quasi unbedingt die Gruppe halten wollen, dann würde ich sagen, einfach erstmal 6-0 gehen. Weil mit 6-0 kannst du schon gar nicht mehr, also, kannst du schon nur noch sehr unsicher absteigen. Ähm, unwahrscheinlich, dass du absteigst. Also, erstmal 6-0 gehen, dann hast du Gruppe Secure. Dann, wenn du jetzt schon dabei bist, mach doch einfach einen 12-0. Mach einfach weiter. Mach nur einfach. Und dann, wenn du schon dabei bist, wenn es eh gerade läuft, dann kann man auch die Playoffs geben. Klar, einfach weiter dann, ne? Dein Tipp hat alles. Also, wir starten einfach mit 6-0 rein und dann machen wir weiter. Genau. Also, das wäre jetzt mein Ansatz. Ihr könnt es anders machen, wenn ihr wollt, aber es wäre halt so meine Idee. Erstmal würde ich gerne schauen, erstmal würde ich gerne schauen, gegen wen wir spielen. Weil das letzte Mal, als unser Team quasi in der 4 war, hatten wir eine der schwersten Gruppen. Die mussten quasi einen 3-Tier-Tiebreaker spielen. Das war gegen das Team von Bootshaus, wenn er dir was sagt, und gegen irgendein noch ein Team. Das war quasi, ob wir Playoffs spielen dürfen oder direkt nach Team 5 absteigen. Und das war, also, ich hoffe einfach, dass diesmal nicht so eine gestackte Gruppe rankommt, dass wir mindestens uns im Mittelfeld halten können. Alles, was drüber ist, wäre gut. Auf jeden Fall. Aber, ja, das erstmal als realistisches Ziel. Sehr gut. Also Platz 2. Verstehe. So. Platz 2 hält auch die Division. So müsst ihr denken. Ja, sehr gut. Also, damit können wir quasi den Wintersplit nun final beenden. Es war ja letzte Woche so, dass schon für 5 Teams die Reise durch war. Das League ja durch war. Jetzt ist es auch für die letzten 3 Teams durch. Ähm. Und die Bilanz ziehen, dass wir jetzt, boah, in der kommenden Saison, lasst mich nicht lügen. 3 Div 6 Teams, 4 Div 5 Teams und nee, 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 nee. 2 Div 6 Teams, 5 Div 4 Teams und ein Div 4 Team haben. Und da freuen wir uns. Ich sage ja immer noch 8 von 100. Vielleicht kriegen wir noch ein paar neue Teams bis dahin aufgestellt. 8 von 100. Wir müssen größer als die anderen Orgas sein. Das ist Pflicht. Äh, Quali steht statt Quantität. Äh, Quantität und dann kommt schon auch noch irgendwann bestimmt mit Sicherheit die Qualität. Also kann man auch denken. Weiß. E-Splot 2.0. Ja. Ähm, nein. Stattdessen wollen wir uns jetzt auf das zweitwichtigste League-Ereignis des Jahres konzentrieren. Weiß nicht, wer von euch beim 1-2-Tournier mitmacht. Ja. Ich bin dabei. Hedero? Ich schaue von sehr nahem zu. Von sehr nahem? Wie schaut man denn von sehr nahem zu? Ja, ich war mir unsicher, weil ich halt, ähm, noch gut Stuff nachholen muss, weil eventuell die Playoffs ein bisschen meinen Fortschritt für die Uni dahin geschoben haben. Mein Kind so hart. Äh, Louis fragt jetzt hier 1v1-Tournier wann wo? Also das Maniac Christmas 1v1-Tournier, für das ja schon seit Monaten hier geworben wurde, startet jetzt diesen Samstag um 14 Uhr auf dem Maniac Mikes Twitch-Kanal wird von mir nicht gecastet, weil ich ja gewinne. Na klar, nein, ich mach mit und sobald ich rausfliege caste ich und wir schauen mal wie früh das passiert. Letztes Jahr kam ich aus der Gruppenphase raus, musste dann gegen den Masterspieler spielen und hab dann geintet. Ich hoffe, dass es besser wird dieses Mal. Boah, wir haben diesmal viel mehr Masterspieler. Wie viele von euch machen mit? Ich mach mit, äh, Jan macht mit, also, äh, ähm, ich weiß nicht, ob Malte oder Jan-Jajajj. Die waren so Diamond. Ja, Van Diamond aber. Leute, ihr seid ja alle krass. Also auf jeden Fall von unserem Team kommen Spielen zwei mit, also gegen Mac mach ich, glaub ich, jeden fertig. Ansage? Ich meine, ich bin ja Top-Lainer gewesen, also gegen Jakob sollte das kein Problem sein. Klar. Ich mach dich fertig. Ich bin, ich bin, ich bin richtig kacke dran. Nein, du bist nicht schlecht. Vor allem, wenn dann, vor allem, wenn dann Zusatzregeln kommen. Nein, du bist ja nicht schlecht, aber du bist halt nicht gut genug für mich. Ah, so musst du das sehen. Also du spielst Orn, ich spiel Gwen, oder? Können wir gerne so machen. Können wir gerne so machen. Ich kann Items bauen, du nicht. Stimmt, Orn abusen, weil er Items bauen kann, ist ja übel smart. Man darf das nicht zu laut sagen, damit es nicht zu viele Leute hören. Orn hat aber einen Cooldown darauf in Aram, zwei Minuten, aber man kann Items bauen. Das ist super. Und du kannst auf Gwen keine Items bauen. Kann sein, dass du mich trotzdem spielst. Das stimmt, aber wenn ich dich töte, bevor du zum ersten Item bauen kommst, dann ist es ja egal. Aber wenn ich dich vorher töte? True. Ja. Dann bringt dir die Items bauen auch nichts mehr. Nee, äh. Ohne Reverse Card. So. So läuft es hier. Ja, also in der ersten Gruppe will ich dann bitte mit Danny sein, ne? So. Wird natürlich ein super geiles Event und mal schauen, was die sich dafür uns vorbereitet haben. Wir haben ja letztes Mal schon ein paar Teaser zu Extra-Regeln gehört. Hast du dir die angehört? Ich hab schon gesehen, dass man irgendwie nicht mehr wie 10 CS haben kann oder sowas. Oder darf. Irgendwie sowas hab ich gesehen. 10 CS? Ja, irgendetwas in der Regel. Das haben die uns am Abend gesagt. Das hast du nicht gesehen. Da haben wir mit Pascal an Dings geredet ein bisschen. Ja, genau. Wir haben das geteasert. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was? Okay, was? Ich hab ja also eventuell Jens Leaks. Leaks auf Danny's Stream. Das ist, dafür ist er da. Jetzt Leaks. Ja, das war's aber auch schon. Mehr hab ich mir nicht gemerkt. Och, come on. Was war das genau? Ja gut, den werd ich auch nicht mehr erzählen. Das heißt, wenn man 10 CS hat, verliert man automatisch. Ja, falls das so ist. Vielleicht. Ah, okay. Das ist ein Verbot dann. Das ist natürlich nicht geteasert. Vielleicht. Oh Gott. Sehr gut. Ja, also es ist ein super cooles Event. Die letzte, also letzte, ich sag grad die letzten Jahre, als gab's die Orks schon so ewig. Hä? Es ist tatsächlich ziemlich genau unser zweijähriges Jubiläum unter dem Maniac Banner. Und es ist auch das zweite Turnier dieser Art zur gleichen Zeit, wie es letztes Jahr stattfand. Also man kann schon fast sagen, eine Tradition. Macht immer sehr Spaß. Ich hoffe, Pascal hat eine Weihnachtsmütze auf. Und ich hoffe, auch Jakob hat während er spielt keine Weihnachtsmütze auf. Ich hab keine Weihnachtsmütze, aber ich hab von der Wiesn so einen tollen Hut, so einen Chickenhut, und der kleppt so oben und macht Musik. Das klingt gut genug für Weihnachten, ja. Der ist super. Den hab ich von sonst bekommen, weil der den Gast vergessen hat. Kediro muss Uni machen. Damn. Ja. Uni, ey. Ja, Uni müsste ich theoretisch auch machen, aber ich hab einfach keine Lust. Lauf ich gerade irgendwie. Ja, ich weiß, das ist eigentlich kein guter Grund. Ach, man. Oh, man kann sich jetzt zum Springsplit anmelden, oder was? Nein, noch nicht. Kurz verwirrt. Wenn wir uns begegnen, packe ich Yasu aus. Ich bann Yasu und Yonen einfach. Man hat ja zwei Bands, und die bann ich dann einfach, wenn ich gegen Louis spiele. Weil der letztes Jahr war richtig frech mit genau den beiden Picks gespielt, und ich musste ihn casten. Ah, okay. Und welche Champions spielst du so, nur so zur Info? Ich, ähm, tatsächlich, Aurelion, Zoll recht viel, Ivern. Warte, ich spiele... Also den Aurelion hätte ich ja noch abgekauft, aber den Ivern, ne? Ich spiele recht viel, die Gwen, ähm, und da mehr, ähm, und hat gar keinen Ohr, oder sowas. Den kenne ich jetzt gar nicht. Ist der neu? Ja, klar. Neun Release. Der kann Ivern spawnen. Auf der Lane. Sagt mir jetzt nichts, der Champion, ne? Alles klar, bann ich Gwen. Ja, du könntest Gwen bannen, und dann könntest du noch Jax bannen, okay? Mach ich. Ich hab genug Champions. Nein, hast du nicht, weil die sparen dann ja noch zwei Jahre. Reicht nicht, reicht nicht. Ich pack auch noch einen. So, dann... Ja, jetzt geht's los. Nein, also es wird super, es wird super geil. Danach ist dann bald schon Weihnachten und Ferien. Habt ihr irgendwas vor, Jungs? Macht ihr Skiurlaub? Nee, nur mit Family. Uni gemacht. Uni gemacht. Ja, bei mir ist eigentlich nicht viel los. Wahrscheinlich Solo-Q. Oh, Mann. Wahrscheinlich Solo-Q, sagt der Mann. Ich hab doch nichts, Sandy. Du kannst mich doch nicht so bloßstellen. Wahrscheinlich Solo-Q. Nein, dann machen wir ein bisschen Casting-Übung. Oh. Ja. Deines Coaching gibt's dran. Wen soll ich casten? Hä? Wen soll ich casten? Nein, nein, ich caste mit Daniel. Ah. Wir können deine Solo-Q casten. Ja, aber wann wollt ihr das machen? Also, ich spiel keine Solo-Q. Genau das. Dann ist es schwierig. Wir gehen einfach in deine Historie rein. Aber extra, extra, extra für euch kann ich auch ein Solo-Q-Game rein gehen. Gar kein Problem. Das ist die Einstellung, die ich brauche. Du kannst auch Normal spielen, ist mir egal. Nee, Normal ist langweilig. Hauptsache, ich sehe dich Carrying. Was ist denn Normal? Da siehst du mich nur in 5 Leute reinlaufen und entweder sterben oder Leute töten. Ja, Penta-Kill. Krass. Ja, die zwei Optionen gibt's. Also entweder ich sterbe oder ich mach einen Penta. Also, Jakob, ich hab dir ja schon gesagt, ich hab nix gegen, wenn niemand mich mal aus dem Team mit LP überholt, ne? Ich muss nicht der Höchste sein. Aber du bist der Höchste. Ja, das ist nicht schön. Der Druck, spürst du ihn. Du hast immer in den Splits getragen in den Games. Ich war dabei. Ich hab Muu gerufen und mit meiner Ultradiant geprockt. Also, ich spiel erst wieder, wenn ich dann der Niedrigste im Team bin. Dann spiel ich wieder, damit ich nicht mehr der Niedrigste bin. So einfach ist das. Also, das sollte generell in White Dawn hier die Ansage sein. Immer, wenn ihr der Niedrigste seid, müsst ihr spielen. Moment. Das kann ich nachschauen. Und dann muss jeder mal spielen. Ich weiß gar nicht, ob Malte oder Jan. Dann muss jeder mal spielen, weil man ja irgendwann nicht mehr der Niedrigste ist, nachdem man der Niedrigste ist. Geht ihr? Und man will ja auch verhindern, dass man wieder der Niedrigste ist, weil dann ist man im Zugzwang. Das sollte die Regel bei euch sein. Bin ich mir nicht so ganz sicher. Also, mein alter Jungler hat's gemacht. Der war Dia 3, danach war er Platin 3. Das klingt nach mir. Das klingt nach mir. Komm, ich spiel jetzt ein bisschen Solo-Q. Ah ja, jetzt bin ich gedroppt. Ah ja, dann hör ich wieder auf. Alles klar. Es geht schnell. Oh Mann, 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 Mann. Ja, zu Weihnachten wünsche ich mir Skill. Skill? Skill. Einfach, dass ich ein bisschen, ja, dass ich auch mal nach Gold aufsteige. das lässt sich erledigen. Da kommt der Weihnachtshacker, geht in deinen Account, der Weihnachtskunster. Der Weihnachtskunster. Der Weihnachtskunster. Der Weihnachtskunster kommt in meinen Account, plötzlich wird Support gespielt. Man kennt's. Nee, man muss ja jetzt tatsächlich, man muss ja jetzt tatsächlich nicht mehr, Freunde, Gold kommen. Man kann ja jetzt einfach ein bisschen spielen und dann kriegt man den Skin auch. ab dem nächsten Split. Und es wird jetzt zwei Victorious Skins pro Jahr geben. Verrückte Sachen, oder? Also zwei, in denen ich nur spielen muss oder einer zum Spiel und einer für Gold? Nein, nein. Zwei Splits. Nach der Hälfte vom Jahr. Ach so, zwei Splits? Ah! Richtig. Und damit muss man jetzt auch sagen, sind sie quasi, haben sich TFT angeglichen, die auch Seasons haben, die ein halbes Jahr dauern. Weil LOL hat damals in Season 1 oder S2 oder wann auch immer haben sie ja die Season dann eingeführt, so nach dem Motto. Und seit Jahren ärgern die sich, dass ihre Season ein Jahr dauert. Seit Jahren, weil andere Games viel kürzere Seasons haben. Und jetzt haben sie einfach so mäßig committed. Sie nennen es immer noch Season und dann nur Split und Split. Aber wir sind jetzt mit diesem Schritt tatsächlich angekommen in einer Zeit, wo es einen zweiten Rank Reset im Jahr gibt und die Belohnung auch schon nach einem halben Jahr verteilt werden. Ranks werden auch resettet? Alles. Es ist quasi eine zweite Season in der Season. Ach du mal, da muss ich ja zweimal die Dinger da spielen, die zehn Games. Und vor allem musst du dich zweimal von Platin 1 hochspielen wahrscheinlich. Ach du Scheiß. Also ob man einen kompletten Rank, also ich habe das nicht rausgesucht, ob man ein Rank Reset macht nach einem Split. Ich weiß nur, dass es zwei Victories gibt. Also kann gut sein. Wahrscheinlich haben sie Reset reingeschrieben und sich die Möglichkeit gehalten, dass es kein Hard Reset ist, sondern ein Soft Reset, wie es ja jetzt schon immer häufiger ist. Wahrscheinlich wird es so sein. Und dass man dann einfach bis hier drei oder so schon geplaced werden kann, wenn man fünf Fliegen einfach runtergesetzt wird. Aber weiß man alles noch nicht so sicher. Es ist einfach ein komplett neues Konzept jetzt für die nächste Season am Start. Und für mich heißt es mehr Skins. Ich bin ja Skin Enjoyer und das ist das Einzige, was zählt. Für euch heißt es viel mehr Grinden, aber das Blitz zum Master zu kommen. Skin Enjoyer? Wie viele Skins hast du denn? Das ist die Frage. Das lässt sich ja herausfinden. Aber jetzt kein Blaming, kein Shaming hier. Ich habe nur 504. Jetzt muss ich schauen, wie viele ich habe. Ich habe nur 281. Ich kaufe mir auch wirklich selten Skins. Ich kaufe ja, seit es die Pässe gibt, habe ich jeden Pass gekauft. Pässe kaufe ich auch. Da hole ich mir meistens nicht zum Pastien-Skin. Ja, ich meistens auch nicht, sondern Orbs. Sondern halt die Orbs. Außer beim Seraphine-Skin war wichtig. Da war ich natürlich da. Jakob hat 646. Alles klar. Wieso willst du nicht? Leak. Collection und dann Skins. Du schaffst es. Ja, ich versuche es, aber du hast mir jetzt auf die Startzeit zurückgesprungen und jetzt lädt es nicht. Leak. Der Client wird natürlich auch bald repariert. Aber um zurückzukommen auf die Torious-Skins, solange die von der Qualität nicht runtergehen, ist das ja okay. Das war ja beim Malzahar Honor 5-Skin jetzt ein bisschen so. Ist der Müll? Damals, als er vorgestellt wurde, fanden den nicht so viele gut. Ich weiß nicht, ob die ihn noch ein bisschen angepasst haben. Ich habe nicht mitbekommen, dass der kommt, aber wir haben jetzt irgendwie einen neuen Honor-Skin bekommen einfach. Wofür hat man den bekommen? Honor Stufe 5. Ja, okay. Ja, aber der heißt auch irgendwie Ehre 3 oder irgendwie so Honor 3 oder sowas. 3 Ehrungen. Keine Ahnung, wie der auf Deutsch heißt. Ja. Oder vielleicht auch niedriger. Vielleicht haben wir einfach die Honor Stufe 3 den schon bekommen. Das wäre... Nee, das ist ja der dritte Honor-Skin. Ich glaube, deswegen ist das so. Das ist der dritte? Ja, Twitch und Warwick. Die heißt... Keine Ahnung, wie die heißen. Aber die, von denen man immer die Chromas da bekommt. Weißt du? Ah ja, ja. Die habe ich schon. Ich habe auch diese Kapsel von Honor Stufe 5 und kann die nicht ausgeben, weil ich schon alle Chromas davon habe. Ja. Das ist richtig sinnlos. Das ist richtig sinnlos, weil eigentlich damals, als sie das released haben, hieß es, jedes Jahr kommt auch für beide Skins ein neues Chroma, sodass du niemals nichts aussuchen kannst. Aber jetzt kannst du einfach nichts aussuchen. Alter. Lion. Einfach nur Scam. Saar, 595, endlich. Ja. Die Frage ist ja, ob man die richtigen hat, ne? Also ich habe ja zum Beispiel alle Ultimate Skins. Kann ich jetzt aussortieren? Ich habe ein Stück. Für die Väter für der Seraphine Skin, glaube ich. Und der Seraphine Skin ist der richtigste. Weil Seraphine ist ja Love und Life. Und so habe ich Seraphine Spiel. Hä? Jeder sollte Seraphine spielen. Aber ich werde Seraphine im 1v1-Turnier natürlich nicht spielen. Also da musst du dir keine Sorgen machen. Keine Sorgen, ich bin einfach Igor. Ben und Jax. Und meinen eigenen Champion Pool. Perfekt. Ja. Oh Mann. Ich habe auch schon angeteasert, dass ich Akali spiele, aber... Äh! Ist keine Sorge. Also wenn du das eine Scrim von uns gesehen hättest, dann hättest du keine Angst. Ich mag Akali nicht. Hä? Wenn ich eure Scrims sehe, ja geil, weil ihr gegen Masterspieler spielt, aber ich bin Silberpleb. Das wäre egal gewesen. Die hätten auch Silber sein können. Ich hätte mir Hände gebrochen, wie sonst wer. Also du wolltest das echt nicht sehen. Das wäre wirklich... Also... Puh. Most paid champion last season, by the way. Ernsthaft? Ja, ich habe das ich in der meisten Akali gespielt. Du bist wirklich... Von ich liebe dich in Saren zu du bist Disgusting. Ich wusste das nicht. Das sind neue Seiten, die ich gerade hier mitbekomme. Auf Toplane wirklich auch? Ja, auf Toplane. Also das ist frech. Ja, aber es waren ja nur 50 Games oder so. Achso, weil du nicht viel spielst. Sag das doch. Ich habe ja nie viele Games. Ich dachte jetzt hier 200 Akali Games letzte Season aufs Toplane. Nee, aber... Also ich weiß es nicht. Wie stehst du zu Shaco? Ich bin eigentlich bei recht vielen Champions bin ich offen. Also mich regt am meisten auf Yasu und Range Toplaner. Also nicht Ja, Range Toplaner mag auch. Finn und Nadi erlaubt sind, das ist ja klar, sondern so eine Vayne. Ein Lucian. Ein Lucian, der meine Tertake mit E-Auto-Tag one-shotted. Oder Kalista. Kalista Toplane ist super. Das ist eine Frechheit. Ich kann sie zwar nicht, aber es ist super, wenn die Leute ihn spielen können. Das ist eine Frechheit, wenn die Leute ihn spielen, ohne ob sie es können. Nein, aber wenn sie sie nicht können, dann rennen die runter. Ja, richtig. Das ist super. Kimo ist auch noch okay, ist ja klar. Kimo, Na und Finn sind vollkommen okay. Aber der Rest, Ranged, gehört nicht auf die obere Linie. So, hab ich's mal gesagt. Achso, Kennen auch. Ja, Kennen darf da oben sein, der stirbt ja eh. Kennen stirbt eh. Ja, so ist es wirklich. Der ist immer so useless. Ich weiß nicht. Ja, der hat kein Wave Player. Ganz einfach. Dann will der später in der Ult landen und wird auch irgendwie einfach exhausted. Dann war's das auch wieder. Ja, Kennen war ganz kurz mal guter Nullometer. Dann wurde aber auch ganz schnell wieder genervt. Ach, Mann. Sehr gut. Also, ähm. Und damit endet dann das League-Jahr. Um hier nochmal den Deckel drauf zu machen. Kommen jetzt die Winter-Skins. Ich weiß nicht, ob auch ein Winter-Event kommt. Wurde ein All-Stars-Event irgendwie angekündigt? Nee, das ist, glaube ich, auch letztes Jahr war es, glaube ich, nicht, oder? Haben die das jetzt einfach gelöscht, weil es so schlecht war immer. Ja, also irgendwas war da, dass sie das nicht mehr machen, glaube ich. War ja auch nie gut so. Also, doch, es war gut. 2015 war es gut. Und 16. Und danach wurde es irgendwie useless. Also, anscheinend kein All-Stars-Event. Ähm. Und dann geht es ja aber bald schon mit der LEC wieder los. Ja, nur was. Freue ich mich drauf. Mit dem neuen Format. Habt ihr das jetzt gesehen? Neuer Format? Neuer Format. Nee. Den Teaser schon. Ja, ja, komm, du kriegst eh nie was mit. Die muss man das eh alles immer geben. Alter, es ist so anstrengend, mit dem Typen zu bannen. Wir besprechen 15-20 Minuten unsere Banns. Und der Typ dann in der Champions-Elect, ja, was bannen wir? Obwohl wir es in dem Channel hingeschrieben haben, besprochen haben. Ich weiß nicht, von was du redest. Wir spielen Playoffs, spannen dieselben Champions drei Games durch. Er weiß im dritten Game nicht, was er bannen muss. Das ist ja auch schon zwei Games her. Oder eins. True, ja. Schon sehr lange her. Ja, aber um auf die Formate zurückzukommen. Ich hab den Teaser gesehen. Es sieht interessant aus. Man muss gucken, wie es halt in der Praxis umgesetzt wird und wie halt die Qualität davon hoch geht oder runter geht. Sollte eigentlich hochgehen, aber man weiß es nicht. Ja, also sie haben das Format, was erst geteasert wurde, also was geleakt wurde, nochmal stark verändert und das finde ich auch gut, weil jetzt in dem Format vorher haben einige Spiele einfach an Relevanz verloren und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Da freu ich mich drauf. Was wird da jetzt geändert? Also es ist jetzt so, dass du drei Splits hast, statt nur noch zwei. Und jeder Split fängt mit einer Single Round Robin an. Das ist eine... Das sind drei Super Weeks. Also drei Wochen, wo jeder drei Spiele spielt. Dann kommen die besten acht weiter und werden in zwei Gruppen sortiert. Nach Power halt. Nach Seeding. Und dann spielst du in diesen Gruppen erster gegen vierten und zweiter gegen dritten. Double Elimination Bracket für und der erste und zweite Advancen und dann gibt's ne Vierer Bracket und ich hätte mir gewünscht, dass das Single Elimination Best of Five ist. Also die, das vorher Double Elimination ist Best of Three. Ich hätte mir gewünscht, dass das dann nur drei Spiele sind. Also Freitag, Samstag, Sonntag. Aber irgendwie soll's Double Elimination sein. Also fünf Series. Was ich nicht so gut finde. Na. Weil dann spielt man irgendwie, oder sechs Series, weil dann spielt man ab Dienstag einfach durch. Keine Ahnung. Ja gut. Also da hätte ich mir gewünscht, dass es einfach Freitag, Samstag ist. Im normalen Break. Aber ist es nicht. Meine Wünsche wurden nicht erhört. Aber, und das sind dann immer sechs Wochen ein Split. Dann ist ne Woche Pause, dann kommt der nächste Split. Dann ist Pause, dann kommen MSI, dann ist wieder ein Split. Und dann kommen die Finals. Da kommen die drei Sieger plus die drei Besten aus den Splits über Championship-Punkte hin. Und spielen da nochmal dann einige Best of Five Series, um den Season Champion zu küren und die World Seating zu klären. Ich glaub, das wird ganz geil. Und das, vor allem das Gute dadurch ist, wir haben mehr Spielwochen und in den Spielwochen mehr Spieltage. Also wir haben generell einfach viel mehr Spiele. Und sonst war es ja immer so, jetzt die letzten zwei Jahre, dass NA zwei Wochen früher anfängt, weil die dieses Lock-In-Ding haben. Und jetzt fangen wir wieder pünktlich mit denen an. Weil NA will auch keiner schauen. Ich äußere mich nicht über. Nur wenn man sich gut fühlen will, dann schaut man in NA. Gut, du wärst wahrscheinlich tatsächlich besser als die Leute, die in NA spielen. Wobei in NA jetzt, Team Liquid hat ja letztes Jahr, gesagt, ey, wir machen einfach ein EU-Team oder zu, nee, nicht richtig EU-Team, aber ein Nicht-NA-Team und schauen, dass wir die LCS gewinnen. Hat nicht ganz funktioniert. War viel EU dabei. Jetzt haben sie gesagt, ey, wir machen das Gleiche, nur mit Koreanern. Wir machen ein Korean-Speaking-Team mit fünf Koreanern, beziehungsweise zwei von denen sind Ameri-, also sind Amerikaner, die auch koreanisch Backdrops haben, genau. CoreJJ zählt nicht mehr als Import und Summit und Piosic einfach. Einfach Piosic, Weltmeister, rangeholt. Von diesem Jahr, äh, ich glaub, die werden so stompen. Aber, naja, sehr gespannt. Vielleicht schau ich mir die Spiele von denen tatsächlich an. Aber bis dahin passiert ja nicht mehr viel, Was macht ihr jetzt die Off-Season? Also Daniel hat gesagt, Solo-Q, aber macht ihr auch irgendwas anderes? Also mein Team wollte erst mal zwei Wochen Pause machen von Team-Training, glaub ich. Ich sag mein Team, weil ich wär weitergespielt, ne? Okay, kann sagen. Du solltest Solo-Q spielen, damit du Ahnung hast vom Patch. Pokémon, ich brauch keine Ahnung. Jakob, der weiß, wie's geht. Schreibt hier Pokémon. Ja, stimmt, Pokémon, auch ne Idee. Aber ich hab überlegt, ob ich's mir noch hole. Ich hab keine Switch. Ich hab ne Switch, aber ich überleg, ob ich's mir hole oder nicht. Ich hab keine Switch. Belastend. Was ist dieses Spaß haben? Ich kenn nur Solo-Q. Weiß ich nicht, also das motiviert mich als nächstes wirklich zum Solo-Q spielen. Ja, überhaupt nicht, oder? Das motiviert gar nicht zum Solo-Q, wenn er das so sagt. Du musst es so sehen, du kannst dann über die anderen Teammates lachen, weil du dir denkst, du bist besser. So nämlich. Jawohl. Ja, aber ich bin ja besser. Die hab ich nicht gesagt. Nee, ähm. Weiter geht's. Kekse backen. Die rausgehen. Macht ihr das? Rausgehen. Kekse backen hab ich schon gemacht gestern. Sehr gut. Rausgehen. Also ich geh ja nicht viel raus. Ich geh eigentlich nur raus, wenn ich irgendwo hin will halt. Also wenn ich so zu... Also rausgehen, um rauszugehen, mach ich jetzt eigentlich nicht. Bleib ich lieber... Also rausgehen ist auch ein ganz schwieriges Thema, auf dem mein Maid mir gestern gesagt hat, ich kann mal ein Rewe online bestellen und die liefern mir das vor die Haustür. Das war sehr schlimm, als das mir gesagt hat und ich dachte mir so, ach du Scheiße, ich verlass mein Haus nie wieder. Oh, hier wird geschrieben, Jako hat noch eine LAN-Vorsicht, das ist wild. Irgendwann auch noch eine LAN? Hoffentlich. Eine CSGO-LAN. Uh. Uh. Das ist intens. Spiel gebunden, weiß ich nicht. Aber ja, ist trotzdem krass. Und sonst einfach Same-Business is always, oder wie? Einfach weiter. Ja. Ja, was gehen wir weiter? Über Weihnachten halt bei Family. Wir werden sehr viel scrimmen, glaube ich, nach unserer Pause, weil wie man eventuell in den Playoffs feststellen durfte, haben wir so eine kleine Problematik Richtung Botlane, dass wir nicht so viel da rausholen, wie wir rausholen könnten oder sollten. Und das müssen wir halt auf jeden Fall Richtung DeVIA noch verbessern. Ich war sehr gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall, euch dann nach der Pause, nach den Fims, am ersten Spieltag wiederzusehen. Alter, nach der Pause, dann siehst du auf einmal einen Ohrentopplen. Das wär's doch. Und jetzt, hear me out, ja, einfach mal drüber nachdenken, Mitte oder AD Carry oder sogar Support. Ja, jetzt, bitte seid offen, wenn ich das sage, ja, so ein bisschen, nehmt die Idee an. Seraphine. Ah, ah, Leute, ah. Also ich sag mal so, bevor Kidiro da war, ne, wurde sie oft gespielt bei uns. Was hast du mit mir nichts zu tun? Weiß ich nicht, also bevor du da warst, haben wir actually oft Seraphine gespielt. War das nicht so geil so? Wir können auch Seraphine spielen. Auf jeden Fall. Wir haben auch gehört. Sehr wild. Ich würde es hier jetzt mal beenden, damit wir alle unsere Kekse wieder verzehren können oder so. Keine Ahnung, was ihr jetzt vorhabt. Okay, ich prognostiziere jetzt, was passiert. Ich esse Obstsalat und schaue irgendwie Serie oder YouTube oder so. Daniel spielt Solo-Q und Jakob macht was Sinnvolles. Habe ich recht? Äh, ja, vielleicht. Was machst du Sinnvolles, Jakob, Tammy? Ich weiß noch nicht, was ich mache, das ist das Problem. Okay, wahrscheinlich wird es doch nichts Sinnvolles. Hatte ich bei der Solo-Q immerhin recht. Äh, ich habe um 8 Uhr noch eine Besprechung für ein Projekt, also wird knapp mit der Solo-Q. bis dahin. Ich könnte mal eine Wäsche machen, dann mache ich was Sinnvolles. Das ist was Sinnvolles, oh mein Gott. Aber ich könnte es ja auch erst morgen machen, am Samstag oder am Sonntag. So, das ist die richtige Einstellung. Obwohl, am Samstag gehe ich nicht, da ist von 21-Tournier. Stimmt. Da muss man gegen Danny verlieren. Du bist ja recht schnell raus dann schon, dann kannst du es danach machen. Ja, hallo, bei der letzten Orga war ich Zweiter. Ja, aber die hatten auch nicht mich, äh, am Keyboard. Ja. Ja, da spielst du aber auch schon früher gegen einen Platin-ADC als im Finale. Platin-ADCs, das ist, äh, das ist dein Ende. Das ist mein Ende. Naja, ich freue mich auf jeden Fall, äh, euch am Donnerstag, äh, am, ich bin blöd, am Samstag schon wieder zu sehen. Alle, die zugehört haben, schaut da auf jeden Fall vorbei. Ich werde da gewinnen. Es wird toll. Super. Ähm, und danke euch, dass ihr hier wart. Gratulation noch mal für das DIV, äh, DIV-Geschehen. Es ist, freut mich sehr, euch bei uns zu haben in dieser, in dieser DIV-IV. Und ich würde sagen, allen noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Holl ja. Ciao. Au. Oh.